Und wir scheinen online zu sein. Katztastisch begrüße ich euch zu diesem Livestream. Wir spielen Super Mario Maker 2 und werden heute gemeinsam ein Level bauen. Ich freue mich riesig darauf. Ich schalte jetzt auch mal ganz kurz um in den Chat und ja, ich sehe auf jeden Fall, dass wir online gegangen sind. Das freut mich riesig. Das klappt ja hier wunderbar und in den ersten fünf Minuten werde ich erst mal auf die ganzen Kommentare eingehen, mit euch ein bisschen quatschen und dann werden wir aber gemeinsam, wie schon im Titel zu erkennen ist, ein gutes, cooles Level gemeinsam bauen. Da freue ich mich riesig drauf. Hallo Marvel Stan Lee. Hallo Super Mario King. Freut mich, dass ihr da seid. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Falls ihr das Video gerade nicht live anschaut und ihr sehen möchtet, was wir so gebaut haben, spult gerne vor. Wir werden vielleicht am Ende noch Super Mario 35 spielen. Falls ihr deswegen eingeschaltet habt, dann findet ihr auf jeden Fall nachträglich unten in der Videobeschreibung noch einen Timestamp. Das heißt, ihr könnt dann direkt auf diese Zeit klicken, wo wir dann Super Mario 35 spielen. Aber vorwiegend, soll es heute auf jeden Fall um Super Mario Maker 2 gehen. Ich habe gestern zum ersten Mal testweise mein Level gebaut. Habe ich ja noch nie gemacht. Und habe dann gesehen, okay, ist gar nicht so schwer, aber man kommt schnell rein. Freue ich mich sehr, sehr drauf, das heute mit euch zu machen. So, hallo Len. Hallo Roblox-Schwestern. Hallo Hayley Fischer. Hallo Sanktum. Hallo Vitali Maya. Ja, spiel mal wieder Pokémon. Ich könnte Pokémon Schild gerne im nächsten Livestream mal wieder spielen, wenn ihr Lust habt. So. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Du warst auch letzte Woche da. Hallo Michael. So. Und liebe Grüße, da gehen schon die ersten Grüße raus, an den Jonathan, der auch zuschaut. Okay, meine Lieben. Habt ihr Lust, dass wir jetzt anfangen, ein Spiel zu bauen? Also ein gutes Level zu bauen? Ich hoffe es zumindest. Ich schalte mir jetzt noch mal ganz kurz hier alles zurecht, damit ich A einmal das Spiel sehe und B... Öh. Achso, ja gut. Für euch ändert sich da nichts an der Perspektive. Und ich habe einmal hier den Chat im Blick und zum anderen habe ich mein Spiel im Blick. Und dann wird eine gute Sache draus. Ich hoffe, der Ton ist auch angenehm, wenn es zu laut sein sollte. Von meiner Stimme oder aber auch vielleicht vom Spiel. Oder ich das Spiel vielleicht lauter machen soll. Dann sagt mir bitte Bescheid. So. Hallo Kirsch. Du bist das erste Mal dabei. Freut mich riesig. Hallo Sandra. Sandra ist auch da. Und damit auch Paul und Sarah. Freut mich sehr. Und du spielst gerade Super Smash mit dem neuen Steve-Charakter. Genau, mit Minecraft. Finde ich super. Finde ich sehr, sehr cool. Okay. Entschuldigt bitte. Hier die kleine Toilette. Die wird ganzheit umgeschmissen. Und ich verstecke mich mal ganz kurz hier. So. L und R. Wir wollen bauen. Ich werde mein Gesicht jetzt auch gleich wieder ausblenden. Aber ich lasse ganz kurz die Kamera noch eingeschaltet. Denn wir bauen ja heute unser eigenes Level. Und ich will ja, dass wir das gemeinsam gestalten. Das heißt, ihr könnt euch einiges aussuchen. Wie zum Beispiel das sogenannte Theme. Also wie genau soll das denn aufgebaut sein? Wollen wir eher so ein altes Mario Level bauen? Im alten Retro Look? 8 Bit? 16 Bit? Also das sind diese Retro Stile? Dieses Klötzchenartige? Oder wollen wir ein modernes Mario? Wie hier zum Beispiel? Und nachher, wenn es dann an das Level bauen geht, dann bin ich gespannt, was ihr in den Chat schreibt. Weil wir bauen das dann gemeinsam auf. Und ich möchte mir dann so eine grobe Skizze mal aufzeichnen. Auf einem Blatt Papier. Weil man sich dann so ein bisschen vorstellen kann, wie das Level so ungefähr ablaufen soll. Was ich jetzt schon mal vorweg sagen kann, ich möchte kein Level bauen, wo man einfach durchrennen kann. Ich möchte auf jeden Fall zwischendrin mal so einen Schacht nach oben bauen, wo man nur mit dem Wandsprung nach oben kann. Vielleicht noch mit einem versteckten Block für so einen Dreh- oder Flugblock, um dann nach oben zu kommen. Aber ansonsten nur mit Wandsprüngen. Hängt natürlich davon ab, ob wir Retro spielen oder nicht. Nebenbei versuche ich natürlich auf Kommentare zu antworten. Aber ansonsten lasst uns gemeinsam was Cooles bauen. Diesmal kann also jeder mitmachen. Wir spielen nicht direkt zusammen wie in Animal Crossing, sondern ihr könnt durch die Chat-Funktion eure Ideen einbringen. Was ist mein Lieblingsessen? Ich habe kein Lieblingsessen, kam gerade als Frage rein. Ich mag Spaghetti, ich mag generell viel Gemüse. Ich bin gerade sehr, sehr Gemüse, also ein großer Gemüse-Fan geworden. Zucchini, Brokkoli esse ich total gerne aktuell. Aber es darf auch mal ein bisschen Fastfood sein. Ich esse auch gerne mal eine Pizza oder ich esse auch gerne einen Döner oder so. Super lecker. Aber ich muss sagen, Zucchini, Brokkoli und dazu noch Reis, das ist so eine richtig gute Kombi. Geht immer. Okay. Was ist, wenn du eine Falle baust? Hallo André, du hast oben noch Hallo gesagt an dieser Stelle auch. Hallo, schön, dass du da bist. Ich kann auch gerne eine Falle bauen. Wir fangen jetzt ganz locker an. Folgendes. Ich muss ganz kurz gucken. Das ist gar nicht so einfach, weil wisst ihr, wenn man das auf dem Nintendo Switch spielt, da kann ich einfach mit meinem Finger auf die jeweiligen Tasten drücken. Aber das geht hier nicht, wenn ich das Spiel so steuere. Deswegen bin ich gespannt, ob ich da irgendwie auf das Feld darüber komme. Das ist ja echt. Ah ja, Spielthema. Wir fangen mit dem Spielthema an. Welches Spielthema würdet ihr denn gerne für unser erstes gemeinsames Level haben? Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3. Das sind so die uralten Retro-Stile. Super Mario World ist schon ein bisschen moderner, aber immer noch Retro. Oder Super Mario Bros. U oder Super Mario 3D World. Das sind so die modernen, was man jetzt gerade sieht. Ich schaue mal in den Chat und bin mal gespannt, was ihr so sagt. Super Mario World kommt jetzt direkt mal modern, schreibt Hayley Fischer. Modern wäre dann zum Beispiel Super Mario 3D World. Super Mario Bros. U kommt auch mal vor. Oh, das ist gar nicht so einfach. 3D World. World kommt auch hier und da mal vor. Wobei Super King hat oben schon mal World gesagt. Super Mario World. Also viele sind für World. Okay. Also ich sehe schon, Retro möchte keiner so richtig. Wobei World gibt es einmal in Retro und einmal in Modern. Ich zeige euch mal ganz kurz beide Stile und dann können wir gemeinsam entscheiden. Also wir wählen jetzt zwischen Super Mario World oder Super Mario 3D World. So. Ich zeige euch erstmal den alten Stil, damit ihr einfach seht, wie das ungefähr aussehen würde. Da seht ihr auch meine Spielfigur. So sieht das Ganze aus. Das heißt, wenn ich Tourette spiele, sieht so die ganze Welt aus. Ja, ich habe in den Einstellungen eingestellt, dass ich immer mit Tourette spiele. Ich kann es natürlich erinnern zu Mario, Luigi oder Toad. Oder aber nochmal 3D World. Und da sieht das Ganze so aus. Ich weiß, wir werden jetzt jeden Geschmack treffen. Ja, viele sind dafür, andere sind dafür. Wir müssen uns jetzt für irgendeinen Stil entscheiden. Und so sieht das Ganze in dem Stil aus. Also ihr seht schon, moderner. Viel, viel moderner. Jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt ihr? Retro oder modern? Super Mario World Wild. Retro World. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerade... Doch, André, wir sind live. Wir sind gerade live zu sehen. So, du hast auch ein Argument. Ja, Argumente gerne vor. Retro, Retro. 3D, 3D. Oh, ihr macht es mir nicht einfach. Ich glaube, 3D World hatte einen kleinen Vorteil für mich persönlich, weil ich dann mein Vorhaben ein bisschen umsetzen kann mit diesem Schacht und dem Wandsprung. Das Wandspringen gehen wir im alten Mario-Spiel nicht. Man könnte aber Abhilfe schaffen, indem man solche Pflanzenranken aktivieren muss, um dann nach oben zu kommen. Also mir ist es einfach nur wichtig, dass man nicht einfach durchrennen kann durch das Level. Das will ich nicht. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Okay, World oder 3D World? Retro, Retro sehe ich mal, aber ich sehe auch viel 3D World. Ihr macht es mir nicht einfach. Okay, wisst ihr was? Kannst du mich bitte André S. nennen? Soll ich dich André S. nennen? Na gut. Hallo T66.0. Oh, an dieser Stelle dann alles, alles Gute zum Geburtstag, lieber Jonathan. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ja, der Apfel mache ich auf jeden Fall. Ich soll eine Münze werfen. Ja, wenn es heikel wird, werfe ich eine Münze. Ich habe jetzt allerdings keine Münze hier. Das ist ein bisschen knifflig. Neben 3D World kam auch ab und zu mal, dass wir was Modernes machen. Lasst uns mal in dem Stil bleiben, in 3D World. Wir werden natürlich, macht euch da keine Gedanken, natürlich auch mal Level bauen im alten Retro-Stil, aber lasst uns einfach mal Super Mario 3D World belassen. Und dann schauen wir weiter. Hallo Zaka. Schön, dass du da bist. Liebe Grüße an dich. So, wir machen jetzt 3D World, meine Lieben. Okay, 3D World. So, jetzt dürft ihr das nächste entscheiden. Das ist total lustig, das mit dem Entscheiden. Kriegen wir das hin? Die Umgebung. Was wollt ihr? Wollt ihr? Die Oberwelt, Himmel, Wald, Unterwelt, Unterwasser, Spukhaus, Luftgalerie, Wüste, Schnee oder Festung. Schrägstrich Lava. Ähm... Ne, ich werde dich auf jeden Fall nicht verwechseln. Ich erkenne dich an deiner Giraffe, lieber André. Oberwelt, Himmel, Luftgalerie. Oh, das wird schon wieder sehr, sehr fies. Da hat jeder eine andere Idee. Ihr wollt unbedingt eine Luftgalerie oder Festung? Festung kam jetzt schon zweimal. Wüste oder Spukhaus? Lava, Spukhaus, Festung. Hey, das zählt nicht, wenn ihr alles doppelt schreibt. Okay, ich sehe schon, auf jeden Fall, Festung kam jetzt, glaube ich, dreimal, viermal. Dschungel. Dschungel kam, ja, Dschungel kam einmal. Okay, ich glaube, die meisten sind auf den ersten Blick wirklich für Festung. Okay, ich meine, das ist ein Community-Projekt. Ich persönlich, ja, ich persönlich hätte mich für die Oberwelt oder für den Himmel entschieden. Ich zeige euch mal die Festung. Schaut mal. Ihr wollt unbedingt in die Festung. So sieht es aus. Na gut, wir nehmen die Festung, aber, das habe ich auch schon gesehen, man kann ja in einem Level zwei Stile haben. Das heißt, wir haben einmal die Festung mit Lava und dann kann man durch eine Röhre kommen, um dann in einer anderen, in einem anderen Abschnitt, zum Beispiel im Dschungel zu sein. Lasst uns das so machen. Also, wir nehmen jetzt die Festung. Ihr habt euch jetzt mehrheitlich für die Festung entschieden. Äh, Lava-Pegel kann ich nachher anpassen oder soll ich das jetzt machen? Ne, ich glaube, das hängt vom Level ab. Das müssen wir nachher entscheiden. Schaut mal, so wäre Toadette auch direkt in der Lava. Ach so, Moment, die Lava steigt dann an dieser Stelle. Ne, lassen wir erstmal so. Äh, ja, passt. Alles gut. Kann ich das deaktivieren? Ne, Ziel, Ziel lassen wir so. Zeitlimit lassen wir auch so. Zur Zweit bauen, ich bin alleine, das bringt auch nichts. Bewegungsblablabla brauchen wir nicht. So, ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz... Ne, wobei, ich blende mich noch nicht aus. Was haben wir da auf der rechten Seite noch? Den Wauwau, die Rakete. Ja, nicht so wichtig. Und oben sind die ganzen Gegenstände, die wir nutzen können. Okay, ich blende mich nochmal. Jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam uns überlegen, wie das Level aufgebaut sein soll. Also da bin ich auch offen für Ideen. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, die Festung. Wir ändern aber mitten im Verlauf, das ist so eine Prämisse, die ich euch jetzt mal mitgeben möchte, oder eine gewisse Regel, dass wir mitten im Level einmal einen Wechsel haben in ein anderes Theme, in ein anderes, in einen anderen Stil, sozusagen. Von Festung zum Beispiel in Dschungel, in Himmel, Spukhaus, was auch immer. So, Marvel, bitte benehmen, sonst muss ich dich leider blockieren hier, oder muten. Also bitte seid da untereinander freundlich. Wie lange geht das Streamen? Das weiß ich noch nicht, aber mindestens eineinhalb Stunden, sage ich mal. Vielleicht sogar zwei Stunden. Lieber Ilhan, vielen Dank für die hunderttausend katastischen Freunde, für deine Glückwünsche. Freut mich sehr. Ja, ich habe mich kurz ausgeblendet. Hey Lee, du hast recht. Was macht dieser Wauwau? Der löscht, oder der macht einen Schritt rückgängig, glaube ich, oder wieder vorwärts. Okay, der Apfel hat auf jeden Fall geschrieben. Man muss auf fliegende Gegner springen. Chrissy meint bitte ein Parcours-Level. Ich schreibe jetzt mal ganz kurz alles mit dem Stift auf. Parcours-Level, ja. Parcours, fliegende Gegner von Apfel. Jetzt wollte ich schon fliegender Apfel schreiben. Fliegender Gegner. Auf Donutblöcke. Okay, Donutblöcke, die verschwinden, sollen wir einbauen. Was habt ihr noch für Ideen? Hallo Latios, schön dich zu sehen. Tweety Queety, hallo. Cooler Name übrigens. So, mach eine Brücke mit Feuerköpfen. Okay, Brücke mit Feuerköpfen, auch eine coole Idee von Stefan. Brücke mit, das sind die sogenannten Hot Heads, also die heißen Köpfe, die nennt man so in dem Spiel. Hot Heads, Rätsel, okay, mit einem Rätsel. Hm, Rätsel schreibe ich mal auf, mal von Zaka. Vielleicht können wir ein Rätsel aufbauen mit einem P-Block oder sowas. Oh, Bowser, okay, auch eine schöne Idee von Hayley. Vielleicht können wir Bowser einbauen am Ende des Parcours. Ähm, ah, echt? Das freut mich, dass ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Eine Falle. Okay, eine Falle können wir vielleicht einbauen mit einem, äh, mit einer Tür, so typisch Troll-Level. Ludwig kommt jetzt als Vorschlag. Ja, das wird aber nicht schwer, äh, nicht einfach, wenn wir schon Bowser haben. Sollen wir Ludwig auch noch einen bauen? Also ich möchte jetzt nicht zu viele Gegner auf einem Haufen haben. Mach einen kleinen Ameisen-Parcours. Ameisen-Parcours finde ich lustig, weil man könnte ja so ein Level aufbauen, wo man so zickzack-mäßig durchlaufen muss. Wisst ihr, was ich meine? Bitte schreib auf, ich heiße Pauline. Stimmt, Chrissy, du heißt eigentlich Pauline. Ich vergesse immer, dass du Pauline bist. Ich muss mir so viele Namen merken. Und Zaka ist Amira, okay. Und die Roblox-Schwestern, das ist die Naomi. Ein Beyblade. Okay, Rahat meint, ich soll einen Beyblade einbauen. Das wird aber nicht so leicht, denn es gibt keine Beyblades im Spiel. Okay, wir haben ein Parcours. Ich lese mal ganz kurz vor, was wir jetzt schon alles haben. Und ich glaube, das ist schon mal eine gute Auswahl für das erste Level, das wir jetzt gemeinsam bauen. Ihr könnt, holt euch gerne auch mal Stift und Papier. Und versucht mal ein Level erst mal auf einem Blatt Papier zu bauen, weil dann kann man sich besser vorstellen, was braucht man denn alles. Weil wenn man direkt auf der Konsole anfängt, dann denkt man sich, okay, ich habe Gegner und was soll ich als erstes einsetzen und dies und das. Und wenn ihr euch erst mal, das ist wie bei Minecraft, wenn ihr etwas bauen wollt oder aus Lego oder generell aus Bauklötzchen. Holt euch Papier, holt euch einen Stift und dann versucht einfach mal ein Level aufzubauen. Das heißt, ich zeige euch das jetzt mal ganz plump. Ich mache jetzt mal hier so eine Linie. Weiß nicht, hier ist ein Goomba. Ja, den Goomba, den mache ich jetzt ganz komisch. Oh Gott, wenn ihr die Zeichnung seht. Kleinen Moment. So, das ist eine Plattform. Nur als Beispiel, damit ihr seht, wie das in der Elfe aussehen kann. Guck mal. Das ist praktisch das ganze Level. Das ist eine schwebende Plattform, die sich vielleicht bewegt. Und da ist ein Hindernis mit einem Goomba oben. Also die Idee ist einfach, dass wir gemeinsam überlegen, wie wollen wir das aufbauen? Also wie sieht das konkret aus? Und ich bin der Meinung, dass mein Chat jetzt hängt. Pop-out-Chat. Kleinen Moment. Ich muss mein Chat nochmal neu öffnen. So, mein Chat ist wieder da. Jetzt kann ich wieder lesen, was ihr schreibt. Entschuldigt bitte. Das ging kurz verloren. Ah, Selina ist da. Selina, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Also wenn du Zeit hast, dann komm in den Stream. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich sehe oben noch hier von Sandra. Feuerspucken der Fleischfresser in einer Röhre. Oh, das ist eine gute Idee für Gegner. Feuerspuckende Pflanze, schreibe ich jetzt mal. Weil Gegner brauchen wir natürlich auch im Level. Ist ja klar. So, spiele im Stream Crash Bandicoot. Ne, heute spielen wir nur Mario Maker 2. Und vielleicht Mario 35. Drei Wege. Das ist auch eine gute Idee, wo man drei Wege hat. Aber ich glaube, dann wird es zu voll. Wir haben jetzt schon sehr viele Ideen. Ich glaube, dann machen wir lieber noch mal ein extra Video, wo wir ein zweites Level bauen mit anderen Ideen von euch. So. Ilhan, wenn du möchtest, kannst du gerne ein TikTok machen. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber von mir aus gern. So. Ein schwerer Parcours mit Gegner und Lava. Das machen wir auf jeden Fall. So. Ja, ihr seid die Katze-Community mit richtig tollen Ideen. Also wer keine Ideen hat, nicht so schlimm. Also wie gesagt, ruht euch gerne Stift und Papier. Ich lese mal kurz noch mal vor, was wir jetzt aktuell haben. Und aus diesen Dingen machen wir dann ein Lab. Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Ideen. Wir haben generell erstmal Parcours. Wir haben fliegende Gegner. Donut-Blöcke. Das sind diese Blöcke, die dann, wenn man zu lange draufsteht, plötzlich runterfallen. Wir haben eine Brücke mit Hotheads. Das sind diese brennenden Köpfe. Wir haben ein Rätsel, das wir einbauen sollen. Bowser als Endgegner. Eine Falle und feuerspuckende Pflanzen. Jetzt will ich das Ganze mal ein bisschen organisieren und sortieren. Das ist ja etwas, was man zum Beispiel auch aus der Schule oder aus der Ausbildung, aus dem Studium kennt. Man versucht erstmal, die ganzen Ideen, die man sich aufgeschrieben hat, zu gruppieren, in Gruppen einzuordnen. Das heißt, wir machen erstmal eine Gruppe von Gegnern. Von euren Ideen. Und wir haben fliegende Gegner. Wir haben die Brücke mit den Hotheads. Ja, das ist einmal die Idee mit der Brücke, aber auch mit den Gegnern, diese Hotheads. Die schreibe ich extra mal auf. Hotheads. Dann haben wir noch Bowser und die feuerspuckenden Pflanzen. Dann habt ihr jetzt schon mal so eine grobe Idee für euch. Okay, wir haben jetzt eine Liste mit den Begriffen, wo es um die Gegner geht. Mach mal Kamek rein. Edmund, schöne Idee, aber ich glaube, Kamek gibt es nicht. So. Max-Tastisch, kein Problem. Du hast noch nichts verpasst. Wir bauen jetzt gemeinsam das Level und tüfteln noch, was wir bauen können. So. Ja, ich werde auf jeden Fall das Level hochladen und ihr könnt es dann gerne nachspielen. Ich bin gespannt, wer den Highscore schlägt. Das ist mein erstes Level. Vielleicht ist es auch super einfach. Vielleicht auch nicht. So. Wir haben einmal diese vier Punkte. Das heißt, das kreuze ich mal weg. Bowser, Brücke mit Hotheads. Ja, das muss ich mal so indirekt wegkreuzen, weil die Brücke zählt ja noch mit fliegende Gegner. So. Wir haben generell einen Parcours. Der Parcours ist sozusagen das Hauptelement von unserem Level, denn das ganze Level soll wie eine Art Parcours aufgebaut sein. Vielleicht geht es auch so ein bisschen von rechts nach links und nicht direkt ins Ziel. So. Parcours. Wir haben die Donutblöcke. Donutblöcke, eine Falle. Dann haben wir Rätsel allgemein als Thema und die Brücke. Das heißt, wir haben ein Level, das aufgebaut ist wie ein Parcours. So, ich muss mal ganz kurz hier Licht machen. Wir haben eine Falle, wir haben eine Brücke, Donutblöcke und ein Rätsel. Und drumherum haben wir noch die Gegner. Ich wiederhole nochmal. Fliegende Gegner, Hotheads, Bowser und feuerspugende Pflanzen. Klingt erstmal ziemlich spannend und ich glaube, da können wir echt eine schöne Sache draus machen. Ein Musiklevel. Latios schlägt hier gerade ein Musiklevel vor. Und das ist, das ist echt knifflig, glaube ich. Also ich wisse nicht, wie ich da an die Sache rangehen soll. Nimm mal einen Damenschuh. Das ist auch eine coole Idee. Aber ich glaube, den Damenschuh gibt es in dem Super Mario 3D World Setting. Dafür haben wir uns jetzt entschieden. Und hallo an Ottavio Games. Salve. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. So. So. Ich springe nochmal ganz kurz weiter im Text. So. Ich gehe kurz offline. Alles klar. Kein Problem. So. Hallo Uli. Schön, dass du da bist. Okay. Gibt es Kamek? Gibt es den? Okay. Okay, dann nehme ich an. Doch, du hast recht. Natürlich gibt es Kamek. Du hast recht. Okay. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt. Wir bauen jetzt einfach Parcours. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Wenn ihr sagt, ah, Mensch, Katze, mach das ein bisschen anders, dann passe ich das an. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz die Perspektive sozusagen, damit ihr auch das Spiel sehen könnt. Und jetzt fangen wir mal an. Parcours. Donutblöcke. Vielleicht können wir sogar mit den Donutblöcken anfangen. Oder mit der Brücke. Aber wie mache ich denn eine Brücke? Achso, die Brücke mache ich mit diesen Gittern, ne? Ah, wisst ihr was? Ich habe jetzt schon eine Idee. Also so eine klitzekleine Idee zumindest. Und zwar nehmen wir auf jeden Fall ein Gitter, das sich von unten nach oben erstreckt. Und ich muss mal gucken, wie ich das... Kann man irgendwie eine Plattform gestalten? Die dann... Achso, Moment. Okay. Äh, die Steuerung ist echt komisch. So, kann ich... Kann ich da ein... Ah ja, das geht, das geht. Okay. Perfekt. Meine Idee ist nämlich, dass... Achso, Moment, da kann ich ja die Hotheads gar nicht so durchschicken. Also ich würde gerne dieses Gitter hier auch als Brücke verwenden. Damit ich meine Hotheads einmal hier durchschießen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Also ich versuche mal ein bisschen zu bauen, damit ich vorankomme. Und nicht alle 10 Sekunden auf den Stream zu achten. Also habt da bitte auch Verständnis dafür. Ich will es jetzt natürlich nicht zu schwer, aber gleichzeitig auch nicht zu einfach machen. Also es fängt auf jeden Fall mal hier so an. So. Ich weiß, damit sollte man sich später beschäftigen. Aber einfach nur, damit wir das mal gesehen haben, wie das in etwa aussehen kann, möchte ich jetzt schon mal diese Hotheads einbauen. Und zwar einmal... Kann ich dich hier nicht einbauen? Moment. Das gibt es doch nicht. Ach, die Steuerung ist... Wenn man nicht direkt auf den Nintendo Switch spielt, echt komisch. Nein, ich möchte das nicht pinnen. Ich möchte das nicht pinnen. Ich möchte stattdessen einen anderen Gegner aussuchen. Warum geht das denn nicht? Achso, Moment. Das geht über die Su-Funktion. Das habe ich doch gestern erst gelernt. Su-Funktion. Und zwar haben wir hier die Hotheads. Das sind diese Dinger hier. Und die würde ich gerne... Kann ich die nicht da reinsetzen? Moment. Ich setze das nach oben. Ah, jetzt ist leh. Ja, Mensch. Moment. Ich mache das so. So ist es ein bisschen unfair. Ach, guck mal. Ich kann die noch... Ich kann die sogar vergrößern. Das ist ja cool. Soll ich die groß machen? Ne, das wäre unfair. Ich will es ja auch nicht zu schwer machen. Das ist mein erstes Level, ja. Ich will es knifflig machen, aber jetzt nicht so, dass man gar keine Chance hat. Schau mal, das leh. Upsala. Ne, ne, Toadette, du bleibst bitte da oben. Nicht da in die Lava springen. So, ähm. Ich würde gerne einmal das hier, das hier. Och, Toadette. Entschuldigt bitte. Ich muss selber erst mal reinkommen. So, zack und zack. Nur damit wir das mal so stehen haben. Jetzt frage ich mich allerdings. Schau mal. Ich muss ja irgendwas gestalten, damit ich da springen kann. Ich würde gerne das hier als Plattform dann verwenden. Warum springen die jetzt nicht? Können die nicht springen? Hallo Live Drive. Schön, dass du gerade Urlaub machst. Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Hallo Shoyana. Äh, Shoyona. Entschuldigung. Die springen nicht? Oh, warum springen die nicht? Dann muss ich die ja nach oben setzen, oder? Moment. Was ist, wenn ich das so mache? Ah, ja. Okay. Moment. Toadette. Ich muss die von Anfang an oben platzieren, oder? Kommen die jetzt nochmal rund? Ah ja, okay, ja, jetzt verstehe ich. Okay. Der Apfel, danke für den Hinweis und danke auch für eure Geduld. Ich muss mich damit ja erstmal zurechtfinden. Kann ich jetzt in das Gitter auch einen Stein... Doch, das ging ja. Ähm, zack. Vielleicht machen wir das sogar noch breiter, damit wird es noch kniffliger. Ja, ich möchte es auf der einen Seite nicht zu leicht machen, auf der anderen Seite auch nicht zu schwer, ne? Deshalb geht es nicht. Ich kann... Doch, kann ich. So, ähm... Ich mache das jetzt zum ersten Mal, also nicht lachen, ne? Warum muss Toadette immer mitkommen? Toadette, bleib doch da drüben. Mensch, bleib da drüben. Nach dir hat niemand geschrien. So, äh, weg damit. Das mache ich auch weg. Hier flitzen die durch. Jetzt habe ich mein ganzes Gitter sogar entfernt. Oh, Mensch, was ist denn heute los? Oh, das ist echt fies, die Stelle. Die tut mir ja selbst schon weh. Wir müssen das gleich mal ausprobieren. So, ich setze da auf jeden Fall noch einen Block rein, mindestens. Und jetzt hätte ich aber gern noch das Gitter. Weil mit dem Gitter möchte ich so ein bisschen meinen Parcours und die Idee mit der Brücke nachempfinden. Ach so, das geht nicht? Ach, ihr seid doch... Ihr seid doch fies. Warum geht das denn nicht? Ah, jetzt geht es doch, oder wie? Ich kapiere es nicht. Okay, Moment. Aber es scheint doch zu gehen. Oh, das wird mies. Aber es ist machbar. Ich werde auch noch hier einen unsichtbaren Block hinterlassen, wo ihr euch einen Power abholen könnt. So. Ja, guckt mal. Das geht doch wunderbar. Ich bin stolz. Das erste Hindernis. Das erste Hindernis. Das gibt es ja nicht. Wenn du den Knopf gedrückt hältst, startet das Laptop an. Ach so, echt? Ah, das ist gut zu wissen. Danke für den Tipp, Michael. Der Apfel. Ich habe deinen Level auf jeden Fall aufgestrieben. Ich habe deinen Code. Sobald ich genug Codes wieder gesammelt habe, werde ich wieder eine Folge aufnehmen. So, dann machen wir weiter. Okay, wir haben jetzt das als Hindernis. Findet ihr das eigentlich zu breit? Soll ich das ein bisschen kleiner machen? Oder was ist jetzt eure Meinung bisher zu dem? Upsala. Das wollte ich gar nicht. Oh nein. Jetzt vervielfältige ich diese komischen Dinger hier. Findet ihr das soweit okay? Oder sagt ihr, oh Katze, also ich finde das jetzt nicht so cool. Seid da sehr gerne kritisch. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Das ist jetzt unser erstes Hindernis. Wann kommt wieder Animal Crossing? Das weiß ich noch nicht. So, danke für das Lob. Und danke, dass ihr auch so nachsichtig mit mir seid. Dass ihr sagt, Mensch, der Katze, der macht das zum ersten Mal. Da können wir jetzt nicht so streng sein. Ja, ich weiß, unter euch gibt es extrem gute Levelbauer. Die das richtig gut können. Deswegen habt da bitte Nachsicht. Und das habt ihr ja auch. Deswegen Dankeschön. So, das sind die ersten Hindernisse. Ich will noch mal ganz kurz auf die Liste gucken. Wir haben jetzt so ein ganz kleines Hindernis. Naja, das ist noch nichts Großes. Wir machen das Level auch ein bisschen größer hier. Jetzt nicht zu groß. Aber es soll ja schon noch ein bisschen was passieren hier. So, dann machen wir das so, dass es auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter geht. So, wo nichts passiert. Und ich würde gerne das noch mal ein bisschen kleiner machen. So, ja. So gefällt mir das schon besser. So, und vielleicht machen wir das gleiche Hindernis noch mal. Oder so ein ähnliches. Was haltet ihr davon? Und hier möchte ich... Also wir haben ja so eine Art Parcours. Das heißt, hier geht es dann für uns nach oben. So würde ich das gerne machen. Irgendwie, dass es da nach oben geht. Und dann müsste es da am Ende eine Röhre geben. Schade, dass man hier im Spiel nicht rauszoomen kann. Ich zeige euch das mal ganz kurz auf einem Blatt Papier. Okay, das ist mir wichtig, dass ihr... Vielleicht habt ihr dann auch Ideen, wie wir das aufbauen können. On-Off-Schalter kommt hier als Idee. Das finde ich auch cool. Ähm, ich wechsle nochmal Kamera. Kamera. So, äh, folgendes. Wenn wir jetzt hier Toadette haben... Die Toadette läuft da rum. Also da ist auf jeden Fall die Zielfahne. So. Aber zu der kommen wir erst später. Wenn wir aus einer Röhre fallen... Und dann... Achso, ja. Miauser müssen wir auch noch einbauen. Na egal. Machen wir nachher. So. Bäh. Okay, das habe ich jetzt extrem komisch gezeichnet. So. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist wahrscheinlich spiegelverkehrt. Äh, nee, doch nicht. Da unten, der Smiley, das ist Toadette. Und die muss da durchlaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Abschnitt erstmal unsere Hotheads, die nach oben springen. Dann müssen wir hier hoch mit einem Wandsprung vielleicht. Dann geht es da weiter. Dann hoch. Und dann da in eine Röhre. Und dann kommen wir in eine neue Welt. In der neuen Welt gibt es vielleicht Münzen und so einen Quatsch. Und dann kommen wir wieder in der Lava-Welt raus und müssen gegen Miauser kämpfen, um dann in das Ziel zu kommen. Das ist so die Idee. Kaiser und Bowser. Ich springe nochmal ganz kurz in den Chat. Max-Tastisch, da bin ich ganz bei dir. Mario Maker ist super, wenn man Ingenieur werden möchte. Das meine ich wirklich ernst. Weil als Kind denkt man, okay, warum soll man durch ein Videospiel was lernen können? Oder vielleicht denken das auch manche Eltern. Aber man fördert gerade beim Bauen eines Levels diesen Denkprozess an. Man muss sich überlegen, okay, wie will ich denn mein Level aufbauen, damit es richtig cool ist. Nicht zu schwer und nicht zu einfach. Eine Herausforderung für den Spieler, trotzdem fair mit genug Power-Ups. Und gerade wenn man sich dann wirklich Gedanken macht, mit einem Blatt Papier, nicht einfach wahllos ein Level gestaltet, kann man sehr, sehr kreativ sein, was richtig toll ist, zaubern. Und dadurch wird man kreativ. A, Kreativität wird gefördert. B, auch dieses vielleicht strategische Denken. Wie will man so ein Level genau aufbereiten? Also da sind viele Facetten und das finde ich richtig, richtig cool. Hier kam die Frage auf, ob ich schon meinen Play-Button bekommen habe. Ja, den habe ich bekommen. Der ist da, den habe ich jetzt aber nicht griffbereit, sonst hätte ich ihn euch mal gezeigt. Und ich muss unbedingt noch ein Video dazu machen. Schlangenblöcke, Sternselina, coole Idee mit dem Schlangenblock. Das kann ich auch mal machen. Okay, ich springe jetzt mal wieder zurück und werde die Kamera kurz wieder entfernen. So, wir haben jetzt hier die Blöcke, so weit, so gut. Was gibt es denn in Sachen Blöcken noch so für Möglichkeiten? Ich muss mal ganz kurz reingucken. Hier sind die Gegner. Items. Items, darum kümmern wir uns später. Das sind Blöcke. Ah ja, wir brauchen noch die Donutblöcke. Die Donutblöcke, wie können wir die denn eigentlich einbauen? Ich merke gerade, wir hätten das ganze Level ein bisschen weiter nach oben bauen sollen. Moment, wie geht das nochmal mit der Mehrfachauswahl? Moment, zack. Mehr Auswahl. Äh, das wollte ich nicht. Das wäre jetzt echt ein Versehen. Ich würde gerne das ganze Level ein bisschen nach oben befördern, damit wir... Macht es Sinn, die Lava steigen zu lassen? Das wäre ein bisschen... Ja, das wäre too much. Ich muss eher in das Spiel reinkommen. Lassen wir das erstmal mit der Lava da unten, das passt. So, wir machen das jetzt mal mit den Donutblöcken. Aber wie machen wir das, dass es schwer wird mit den Donutblöcken? Vielleicht können wir ja irgendwie so ein paar Gegner draufsetzen. Passt auf, wir machen das folgendermaßen. Weil jetzt können wir ja noch mit den Donutblöcken richtig gut spielen. Wir setzen immer drei Donutblöcke. So, schaut mal, das ist jetzt so meine Idee. Ich weiß nicht, was ihr davon halten werdet. Werde jetzt... Ähm... Was ist das eigentlich? Normaler Boden, oder? Werde jetzt mal so einen ganz einfachen Block setzen. Und zwar hier. Und setze darauf einen Gegner. Denn es kam von Paul ja noch die Idee, mit der fleischfressenden Pflanze die Feuer speien kann. Deswegen machen wir die auch gleich mal rein als Gegnertyp. Wo ist die denn? Und das ist ja dann schon ein bisschen knifflig. Oh, habe ich die hier nicht drin? Miausa, bla 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 bla. Da ist Kamek. Ach, Moment, doch, doch, die ist hier drin. Die ist da drin. Und wenn ich da gedrückt halte, kann ich die nochmal ändern. Schaut mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz testen, ob das jetzt eine coole Idee ist. Ach, nee, Moment, die kann da nicht nach oben spucken. Nee, das ist keine coole Idee. Das ist an sich eine coole Idee, wenn ich die Pflanze weiter nach oben setze. Ich probiere das nochmal aus. So, upsala. Nochmal, zack, nach oben, zack, zack. So, soll ja auch realistisch wirken. Nicht, dass der Block da irgendwo in der Luft steht. So, okay. Ja, das ist doch ganz nett. Das ist, okay, wobei, das ist auch ziemlich einfach, ne? Vielleicht sollte man die noch höher setzen. Was meint ihr? So, mach sie groß. Okay. Ja, dann mach ich sie groß. Kam jetzt als Idee von euch. Beziehungsweise von Super Mario King. Ähm. L, zack. Gedrückt halten. Groß machen. So, dann muss ich die Blöcke aber ein bisschen nach hinten schieben. Und ich brauche hier auf jeden Fall auch noch weitere Blöcke. So, wir machen das so. Die kommen nach oben. Dann wird es kniffliger. Also für eingefleischte Mario-Spieler ist es überhaupt nicht knifflig. Ich zeige es euch mal. Das ist auch nicht schwer. Zack, weg ist die Pflanze. Na gut, ihr braucht zwei Sprünge. Und ich bin in die Lava. Super. Ähm. Ist das als Hindernis erstmal gut oder ist es doof? Warum hast du früher Kommentare aktiviert, deaktiviert? Das war ich nicht. Das war YouTube. YouTube hat damals die Kommentare in meinen Videos deaktiviert. Deswegen gibt es die Kommentare erst seit Juli wieder. Was machst du in deiner Freizeit außer Videos? Ähm. Ich gehe gerne Fahrrad fahren, Inline skaten. Ich singe auch gern. Für mich so ein bisschen. Bin auch gerne unterwegs. Und ich tanze auch gern. Das sind so meine Hobbys. Okay, danke, dass das Level erstmal cool ist. Freut mich. Freut mich. Freut mich sehr. Morten kommt hier noch als Indie. Und füge Karmik hinzu. Ähm. Mach ich. Mach ich. mehr Pflanzen kommen von der Apfel. Der Apfel ist auf jeden Fall jemand, der sich mit Levelbauen auskennt. Deswegen höre ich da auf jeden Fall drauf. Und, äh. Ilhan. Sehr, sehr gerne. Also wenn du magst, sehr gerne. Niemand soll sich verpflichtet fühlen. Aber ich freue mich natürlich sehr. So. Also nochmal Donut-Lücke. Das wird jetzt. Kann man das noch irgendwie cooler gestalten? Ich überlege gerade aber wie. Hm. Wie kann man das noch cooler gestalten? Moment. Wie war das mit Y mit Minus gedrückt halten? Da habe ich da vorhin diesen Tipp bekommen. So, schaut mal. Wenn man hier das Level startet. Hier muss man erstmal aufpassen. Ist aber an sich auch kein Problem. Zack, 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 zack. Kann man einstellen, dass man was bekommt, wenn man die Pflanze besiegt hat? So ein Schlüssel oder sowas? Du kannst auch eine große Katze bauen, dein Level. Das wäre auch Idee. Mach anstatt Wand springe Donutsprünge. Oh ja, das ist auch eine coole Idee. Donutsprünge, das macht das Ganze noch kniffliger. Okay. Die Idee nehme ich auf jeden Fall mit auf. Versteckte Superstern. Wie kann ich das mit der Belohnung machen? Halt den Baum-Modus gedrückt. Minus gedrückt. Ein Applaus hinzufügen, wenn du die Pflanze killst. Okay, das kann ich machen. Ah ja, okay, Moment. Das mit den Blöcken können wir auf jeden Fall machen. Das ist eine coole Idee. Das heißt, ich lösche das mal. Gehe da rein und schau mal, was wir so für Blöcke haben. Pilz-Trampolin, ein Ausschalter. Wobei, den könnte man da nicht aktivieren, oder? Wir nehmen den trotzdem mal rein. Upsala. Und man müsste den On-Schalter dann später irgendwie mit einem Koopa-Panzer aktivieren. So machen wir das. Und um es ein bisschen, also um es nicht ganz schwer zu machen, ich will es ja trotzdem noch human gestalten. Also, dass es auch wirklich jeder durchspielen kann. Mache ich hier noch einen Donut-Block rein. Das heißt, da hinten läuft irgendwo ein Koopa rum. Man aktiviert das. Und kann dann irgendwas anderes machen, was auch immer dann passiert. Aber Moment, wo kriege ich diese Blöcke, die dann deaktiviert sind, wenn ich auf Off gehe? Oder auf On? Wisst ihr, was ich meine? Oder anders gefragt. Kann ich mit einer Stampfattacke die Schalter aktivieren? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh ja, das geht. Okay, dann lassen wir das so. Dann kein Koopa-Panzer. Okay, lassen wir das so. Da kann man das immer schön mit einer Stampfattacke aktivieren oder deaktivieren. Das reicht doch vollkommen aus. So. Genau, und der Apfel. Coole Idee. Das sind die Roten. Dann springen wir nochmal zurück. So, wie weit geht denn das Level überhaupt noch? Oh ja, wir haben das schon... Ja gut, wir machen es vielleicht doch ein bisschen kleiner. Sonst komme ich hier nicht voran. Weil ich bin so langsam beim Aufbauen. So. Kannst du bitte Daniel P. grüßen? Ja klar. Lieber Daniel. Ich grüße dich ganz herzlich. Danke, dass du zuguckst. Magst du Ninjago? Ich finde Ninjago ganz cool. Ich habe das auch mal gespielt, das Nintendo-Spiel. Und liebe Grüße auch an die Schwester von Ilha, nämlich an die liebe Elis. So. Der Apfel, danke. Ich nehme mir auf jeden Fall Zeit. So. Ein paar andere Gegner müssen vorkommen. Ja, die anderen Gegner werde ich auf jeden Fall noch einbauen. Das mache ich aber zu einem späteren Zeitpunkt. Gut. So. Lasst uns das mit dem Donutblock hier wieder rückgängig machen an dieser Stelle. Und dann will ich aber auch so langsam mit dem Parcours weitermachen, dass wir jetzt nach oben müssen. So. Upsala. Nein, das will ich so nicht haben. Äh, äh, äh. Äh, nein, das will ich nicht. So. Äh, Moment. Steuerung. Ich finde die Steuerung einfach, wenn man nur mit der Nintendo Switch im Handheld-Modus spielt, so viel einfacher. So. Und jetzt muss man da nach oben springen. So. Ja, eins, zwei, drei. Machen wir das so. Schaut mal, so müssen wir dann jetzt nach oben springen. Lass uns das mal ausprobieren gleich. Und damit niemand schummelt und da einfach weiterspringen, weil da vielleicht schon das Stil erreichbar ist, werde ich jetzt auch noch eine kleine Wand hinzufügen. Ähm, die Speedrunner aufzuhalten, weil darum geht's mir. Ich bin ja auch so ein Mensch. Wenn ich weiß, dass ich durchrennen kann, dann renne ich gerne durch. Und ich setze die Wand direkt an den Donutblock, dann ist das mit den Sprüngen auch einfacher für die jüngeren Spieler. So, man muss dann hier nach oben. So, Moment. Äh, hier muss ich das noch fortführen. Uah. Das ist echt nicht einfach mit der Steuerung. Aber langsam nimmt das Level Gestalt an, muss ich sagen. Also, ich hab super viel Spaß dabei. So. Entschuldigt bitte, ich rutsche immer nach oben. Muss ich gleich rausradieren. Ja, so ist es ganz cool eigentlich. So, hier muss es auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen. Wir probieren das mal ganz kurz aus. Ja, jetzt stecke ich hier schon fest. So, ich mach das mal kurz rückwärts, das Level. So, zack, zack, zack. Schalte aktivieren, dann passiert irgendwas. Man kann hier durchrennen, theoretisch. So. Okay, das ist echt easy, ne? Das ist echt easy. Also, ähm... Ja, die Zeit werden wir auf jeden Fall runterstellen. Aaron, gute Idee. Du bist ja auch einer von den Bauexperten hier. Schön, dass du da bist. Steigende Lava. Sollen wir das noch einbauen mit der steigenden Lava? Aber da muss man doch irgendwo sich schützen können. Okay, wir gucken das am Ende... Wir gucken uns das am Ende nochmal an mit der steigenden Lava. Vielleicht können wir die hier noch einbauen. Dann wird es hier kniffliger. Dann setzen wir ein paar Donutblöcke nach oben. Gucken wir mal. So. Welche Switch ist besser, die Lite oder die normale? Hm. Also, ich finde die Lite zwar ganz cool, aber auf der Nintendo Lite kann man kein Just Dance spielen. Und ich bin ja Just Dance Fan, deswegen wäre das für mich schon so ein... Ja. No-Go in Anführungszeichen. Aber cool ist es allemal. So. Jetzt wird es natürlich... Oben ein bisschen eng, sehe ich schon. Ich gucke aber trotzdem mal, dass ich hier weitermachen kann. Ja. Lassen wir das so. Machen wir da nochmal so ein Gitter hin. Dass man da einfach oben seinen Sprung sicher hat. So. Und zwar hier... Oh, Toilette. Mensch. So. So, kann man das ein bisschen kleiner machen? Ich brauche es nicht so groß. Ne, kleiner geht nicht. Okay. So, dann ist man hier. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt was ganz komisches. Aber ich stelle mir das ziemlich lustig vor. Am Ende kommt man nämlich an eine Röhre. Die Röhre platziere ich jetzt schon mal. Und zwar... Kann ich die Röhre noch drehen? Wie kann ich denn Röhren drehen? Ich möchte sie natürlich nicht so haben. Ich möchte sie vertikal haben. Ich brauche mal von den Bauexperten eine Hilfe. Wie drehe ich denn meine Röhre? Und ja, ähm... Hier, Pauline, schreibt es gerade. Falls ihr Level-Ideen habt, ähm... Tauscht euch da gerne auch in den Kommentaren aus. Das ist hier gerade im Livestream. Halte mal Minus gedrückt. Okay, ich halte mal Minus gedrückt. Ah, das ist der Trick. Jetzt verstehe ich. Danke, Michael. Jetzt kann ich das machen, was ich vorhin vorhatte. Opsala. Ja gut, ich gehe zurück in den Baumodus. Ähm... Minus gedrückt halten, habe ich schon gesehen. Beziehungsweise da... an dem Ding hier. Danke schon mal für den Hinweis. Hör, Moment. Was ist denn jetzt die Öffnung? Ich kapiere es gerade nicht. Achso, äh... Oh, okay. Das ist falsch. So. Wie lang sie ist, ist eigentlich total egal. Und die setze ich jetzt hier hin. Jetzt fragt ihr euch... Äh, Katze, was machst du da für einen Quatsch? Ich möchte nämlich... dass man hier auf jeden Fall als kleine Person durchlaufen muss. Ähm... Das wird alles gleich Sinn machen, wenn ihr das seht. So, hier kommen nämlich Blöcke hin. Hier schließen wir das, damit es realistisch bleibt einigermaßen. Und hier... So, man muss auf jeden Fall als kleine Person hier durch. Man kann ja auch kriechen. Irgendwie stelle ich mir das richtig lustig vor. Vielleicht sagt er auch... Okay, Katze, ich finde das eher doof, aber ich finde es cool. So. Wir schließen das Ganze so. Dann können wir hier noch einen fetten Gegner hinstellen. Der einen dann überrascht, wenn man gerade hochkommt. Auch wenn es wahrscheinlich niemanden interessieren wird. Weil ja der andere sofort hier weiterlaufen wird. So. Ähm... Hothats können aber durch Donut-Blöcke... Ah ja! Hothats können die... Ja, stimmt! Wir brauchen noch mehr Hothats! Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee von Shiona. Wir bauen noch mehr Hothats ein. So, Hothats. Wo seid ihr? So, und zwar... Wo sind die denn? Auf welcher Höhe? Auf der Höhe sind die. Ja gut, die müssen nicht auf der gleichen Höhe sein, aber... Hier... Oh nein, nein, da nicht. Aber da springt auf jeden Fall einer. Hier... Oh, wir machen das ganz schwer! Einer springt bis hier nach oben. Und einer springt nicht ganz so weit nach oben. Ich freue mich... Ich freue mich so auf mein allererstes Level, das ich zusammen mit euch gestaltet habe. Achtung, wir testen das mal ganz kurz. So. Upsala. Kann man eigentlich schon schummeln? Ne. Man kommt da nicht hoch. Okay, das ist gut. Oh! Jetzt kann ich mein eigenes Level nicht spielen. Ne, komm, so schwer ist es nicht. Ich habe mich jetzt einfach nur etwas doof angestellt. Nochmal. So, hier, zack. Eins, zwei. Stampfattacke für später. Was auch immer dann aktiviert wird. Und jetzt muss man hier aufpassen. Das ist cool. Das ist cool. Uh! Hat ich jetzt Glück. So, zack. Und man ist oben. Okay, ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird cool. Meine Lieben, ich freue mich. Ich freue mich. Der Apfel. Gute Idee. Ich bin da ganz beide. Ich glaube, die Profis spielen super schnell durch. Aber, ähm, die, die vielleicht nicht so schnell und gut sind in Mario spielen, die werden ihre Schwierigkeiten haben. Und die Mischung will ich natürlich hinkriegen. Ich weiß, mir schauen viele junge Zuschauer hinzu. Aber auch viele ältere. Und vor allem auch viele Mario-Profis. Und ich möchte so eine Mischung schaffen. So. Äh, André. Doch. Hammer, Brüder. Warum nicht? Äh, ich brauche ja noch einen Gegner hier für diese Ecke. Lass uns mal nachgucken. Upsala. Äh, Kamek. Ja, gut. Kamek passt an der Stelle nicht. Aber der Hammer, Bruder. Der kann echt fies sein. Kann man den auch größer machen? Ja. Oh, Sumo-Pro. Soll ich den lassen oder soll ich lieber den... Wie wirft der denn? Achso, der trifft dann gar nicht. Nee, dann lasst uns. Moment. Ich muss mal ganz kurz das Bewegungsmuster von Hammer-Bro angucken. Weil ich glaube, der bringt an der Stelle nichts. Weil er sowieso nicht treffen kann. Ich glaube, es macht mehr Sinn, den Hammer-Bro zu einem Feuer-Bro zu machen. So, Feuer-Bro. Zeig mal, was du so kannst. Ja. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Ich finde das so cool. Oh ja, gut. Der macht eine Stampfattacke. Stimmt. Das wäre ja auch nochmal ein Hindernis. Aber ich lasse den mal so stehen. Wir dürfen übrigens nicht die ganzen Power-Ups vergessen. Wir wollen ja auch fair bleiben im Spiel. Ich setze auf jeden Fall ein paar unsichtbare Blöcke oder so ein Quatsch. Aber das machen wir später. Ähm, so. Jetzt muss man hier runtergehen. Und dann geht man in so einem Bogen wieder hier nach oben. Das ist so der Plan. Und dann kommt man zur Röhre. Ich will aber auch... Das muss man mal ganz kurz... Man kann in 3D-World auch kriechen, oder? Ja, man kann kriechen. Okay. Das ist wichtig für den Spieler, falls da ein großer Mario ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja nicht umsonst noch den On-Schalter. Das heißt, wir sollten hier auch irgendwo die Blöcke, ähm, ja, nutzen. Oder wisst ihr, was wir machen? Äh, wir machen das weg und machen den Block rein. So machen wir das. Wir entfernen nur 3 Blöcke. Das ist ganz simpel. Ah, ne, Quatsch. Da kommen wir direkt so... Ah, ne, ne. Wisst ihr, wir... Okay, okay. Ich hab jetzt eine Idee. Ähm, L. So. Einfach nur 3 Blöcke. Das reicht schon aus. Vielleicht gibt's noch coolere Ideen. Auf jeden Fall. Äh, einfach nur, damit der Schalter aktiviert ist. So. Ach, nö. To dead. Bleib doch da oben. So, Suche. Jetzt brauchen wir diese Blöcke. Ja. Hier. Umrissblöcke. Und die kommen da rein. So, die sind jetzt... Ach so, die sind jetzt aktiviert. Aber die müssen eigentlich deaktiviert sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss... Ich muss es mal kurz testen. So, nur damit... Damit das, ähm, auch... Für alle vom Verständnis klar wird. So, jetzt muss ich an meinen eigenen Hindernissen erstmal vorbei. Ja, okay. So, und man kann hier nicht in die Röhre rein. Das ist mir wichtig. Dass man da nicht schummeln kann. Okay. Cool. Soweit, so gut. Nach dem Brower ein Pilz. Ja, das finde ich gut. Wir machen auf jeden Fall die ganzen Power-Ups zum Schluss. Wenn wir den Abschnitt soweit haben. Dann gucken wir mal, damit das auch fair bleibt, an welchen Stellen Power-Ups vorkommen sollen. Lava bei Bose würde ich da noch hinpacken. Okay, Lava machen wir auf jeden Fall rein. Oh, To dead kann nicht so hoch springen. Ja, das ist vielleicht auch nochmal gut, dass man hier To dead hat. Ach so, ich zumindest. So. Danke, Ilhan, für deinen Zuspruch. Ich würde an der Treppe aus Blöcken machen, da man so gut nach oben zur Röhre kommt. Oder ein paar versteckte Blöcke würde ich auch... Ja, versteckte Blöcke sind cool. Lass uns doch versteckte Blöcke nehmen, um da nach oben zu kommen. So, jetzt frage ich mich, ob man da noch ein paar Hindernisse setzen kann. Man muss hier auf jeden Fall rennen. Das weiß auch nicht jeder. Also, ja, eingefleischte Mario-Fans, die kennen den Trick, aber nicht jeder weiß, dass man rennen kann an bestimmten Stellen. Moment, ich gucke mal, was es noch so theoretisch geben könnte. Umrissblock, Blinkblock. Blinkblock wäre auch interessant. So, einfach mal so eine Reihe von Blinkblöcken. So, muss ja auch irgendwie da nach oben kommen. Wobei die Blinkblöcke... Ne, die machen wir woanders hin. Ähm, okay, lasst uns mal ganz kurz den Parcours weiter hier fortfahren, sonst kommen wir hier nicht weiter voran. Ich gehe nochmal Hopsala. Nein, das war die falsche Taste. Ich will nur mal den Umriss so ein bisschen für uns mal. Wir können es ja nachher noch rausradieren. So, man muss dann hier runter. Bla, bla, bla. Dann geht man hier weiter. Da kommen noch ein paar Gegner. Die Hotheads, die werde ich noch nach oben schieben, sodass sie hier nochmal als Gegner auftauchen. Und für Verwirrung sorgen können. Und dann kommt man hier irgendwie rüber. Und dann gibt es hier vielleicht so unsichtbare Blöcke oder so ein Quatsch. Und dann muss man hier hoch. Vielleicht kann man hier sogar noch einmal um die Ecke laufen. Ja, da wird es aber eng und komisch. Ne, machen wir nicht. Lassen wir das einfach so. Ah, ne, wir machen hier nochmal einen extra Bereich, wo es Power-Ups gibt. Hier kann man sich versteckte Power-Ups holen. Und ansonsten muss man hier nach oben. So, also wir lassen hier so eine Art Lücke. Und dann muss man hier so hoch. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so der geheime Bereich, der Power-Ups-Bereich. Und vielleicht gibt es noch einen Gegner, der beschützt die Power-Ups. Ja, so machen wir das. Ich glaube, das wird cool. Du kannst eine Brücke aus Blinkblöcken machen. Ja, das war eine gute Idee. Die Idee hatte ich vorhin auch. Einen Boss-Raum möchte ich auch noch einbauen. Von Schnuffi Wehner kam hier die Idee. Genau, die Sound-Effekte machen wir zum Schluss. Ja, wir schauen mal weiter. Und Shiona hat eine Katze namens Donald. Und von der halbe Bären kommt oben noch die Frage, ob ich privat spiele, ab 16 spiele. Ne, ich spiele teilweise auch Spiele ab 12, wie zum Beispiel Zelda. Aber so ab 16 spiele ich gar nichts. Weil ich einfach mit Mario-Spielen aufgewachsen bin und super viel Freude und Spaß damit habe. Deswegen, ähm, naja, spiele ich auch nur solche Spiele. So, ich finde das bis hierhin ganz cool bisher. Vielleicht können wir hier noch ein paar Gegner einbauen. Oder Spikes oder sowas. Schaut mal, wieso machen wir das? Ah, wobei, die, der, der, ja, das ist schon ein bisschen verraten. Ich dachte, wenn man hier so Stacheln einbaut. Lass uns mal ganz kurz ein paar Stacheln einbauen. Hier gibt es doch diese Stachelblöcke. Hier einfach mal ganz, oh, da wollte ich den eigentlich nicht hin platzieren. So. So. Kommen wir da runter. Oh, es gibt noch andere Farben. Ah, ja, stimmt. Okay, aber ich, ja, ich lasse mal den roten. Hier wird man überrascht, wenn man runterkommt. Äh. Vielleicht nochmal Donutblöcke. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Was könnte ich denn hier für eine Möglichkeit einsetzen, damit man nicht direkt auf die Stacheln fällt, aber trotzdem theoretisch auf die Stacheln fallen kann? Donutblöcke, oder? Oder macht noch was anderes Sinn? Ich bin mal gespannt, was ihr so viele Ideen habt. Fliegende Gegner. Ja, fliegende Gegner brauchen wir auch noch. Das stimmt. Äh. Dö, dö. Ein Goldröhrenrätsel, meinst du? Was ist der Unterschied zwischen den Farben? Ich glaube, die Unterschiede, das kann dir bestimmt jemand von den Experten hier erklären. Aber der Unterschied ist, glaube ich, der, dass die Stacheln mal weg sind, mal wieder auftauchen. Und bei den roten sind sie, glaube ich, für immer da. So, P-Schalter. Oh ja, P-Schalter brauchen wir auch noch. Den setzen wir aber dann in der nächsten Welt ein. So. Hammer Bro. Zack. Ich gucke mal ganz kurz in die Liste, was wir oben so zur Verfügung haben. Trampolin-Wolken, ja, hm. Trampoline, Wegweiser. Wegweiser finde ich auch ganz cool. Ja, was haben wir hier? Wirbelwind, Schlangenblock. Kanonen. Ah ja, Kanonen gibt es ja auch noch. Ähm. Hm. Wolken, ja, Wolken machen keinen Sinn. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach nochmal die Donutblöcke. Mach doch den Stachelblock in die Mitte tiefer. Ja, das wäre auch eine Idee, aber dann hängt er da so blöd in der Luft. Das finde ich irgendwie nicht schön. Nicht optisch. Lieber Juri. Ich grüße dich hiermit. So. Okay, wir machen das jetzt mal so. Ich setze jetzt einfach mal Donutblöcke. Äh, aber das ist schon echt fies an der Stelle. Ich setze nur drei. Das ist jetzt nicht schwer, aber auch nicht einfach. So eine Mischung. So eine schöne Mischung. Und da setzen wir einfach noch ein, ein, hier Kugelwili hin und dann passt der Bereich. Ja, der muss jetzt nicht perfekt sein. Ich möchte nochmal betonen, das ist mein erstes Level. So, wo haben wir denn die Kugelwilis hier? So, zack. Hier ist da noch ein Kugelwili. Ich hoffe, der schießt jetzt auch in die richtige Richtung. Oh ja, Goombas haben wir noch gar nicht drin. So, roter Schlüssel am Anfang. Ähm, äh. Ja, man könnte ja noch Münzen sammeln. Stimmt, das wäre auch eine Idee. Aber die setze ich dann zum Schluss, wenn wir in die zweite Welt kommen. So, man läuft jetzt hier durch. Zack. Dann habe ich vielleicht hier noch... Hier kann ich mal ein paar Goombas einsetzen, weil die hatten wir noch gar nicht. So, wir müssen es jetzt nicht zu kompliziert machen. So, die Hotheads... Äh, nein, 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 nein. Ich will die Hotheads haben. Die springen bis hier nach... Ja, nicht ganz. Hier vielleicht. So, soweit springen die Hotheads. Und die springen versetzt, damit das nicht so einleuchtend ist. So, ich will mal ganz kurz gucken, ob die Hotheads so springen, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja, die springen gut, die springen gut, die springen gut. Hier springen die klein. So, hier, die Lücke muss ich ja noch schließen, das ist klar. Jetzt bin ich zu schnell gesprungen. Aber so vom Prinzip macht es schon mal Sinn. Also, ich bin gespannt, wenn ihr... Wenn wir dann fertig sind, wie euch das Level gefällt. So. Eins, zwei. Wir machen den Bonusbereich, wo man dann durch die Röhre kommt, aber nicht zu groß. Sonst werde ich mit dem Stream heute nie fertig. So, jetzt kommt hier der Spieler runter. Das entferne ich, das stört an der Stelle bloß. Und hier füge ich die Blöcke wieder hinzu. Der kommt jetzt hier runter. Dann überraschen ihn auf jeden Fall Goombas an der Stelle. So. Und hier, wie kommt man nicht hier nach oben? Vielleicht mit Blinkblöcken, oder? Ja, genau. Hier setzen wir blinkende Blöcke ein. So machen wir das. Dann entferne ich das mal hier kurz. Und spring mal zu den blinkenden Blöcken. Wir setzen jetzt mal hier ein. Da ein. Ja, so machen wir das. So treppenförmig. Dann. Und dann nur noch hier. Moment. Lass mal kurz überlegen. Hier setzen wir noch ein. Und wir setzen... Nein, nein, nein. Radiogummi brauche ich nicht. Wir setzen oben noch einen normalen Block, weil die verschwinden ja auch irgendwann. Gut, man hat genug Zeit eigentlich, aber... Damit es auch für alle Spieler fair ist. So. So muss man durchspringen. Okay. Dann gibt es aber... Ah ja! Ich habe eine Idee. Wisst ihr, wie wir das machen? Schaut mal. Wir machen jetzt hier... ...einen versteckten Block hin. So, dass man da landen kann. Wobei... Ja doch, das müsste eigentlich reichen, oder? Doch, das reicht. Ich probiere es mal ganz kurz aus. So. Die Blöcke verschwinden. Aber ich komme... Achso, Moment. Ich komme ja... So, von hier komme ich nicht hoch. Ja doch, mit einem Wandsprung komme ich hoch. Okay. Weil ich dachte, wenn man jetzt einen versteckten Block hat, da kann man sich so den Weg zum Secret-Bereich bahnen, wo es vielleicht nochmal was gibt. Ein Bonus. Was auch immer das dann für ein Bonus sein kann. Hey! Der hat ja meinen Block kaputt gemacht. Da kam ja Schummeln. Und dann gleich in den Secret-Bereich gehen. Ne, das finde ich doof. Da muss ich das wieder runternehmen. Okay. Kurz zurück. Den muss ich rausschmeißen. Ich muss da einen anderen Gegner hinpacken. So, ich schaue mal ganz kurz wieder in den Chat rein. Üli Suter. Ich grüße dich. Und Hans-Peter Kienzle. Hier wird bestimmt die ganze Klasse gegrüßt. Grüße von Leon. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück an dich, Leon. Okay. Luigi kann höher springen. Das ist auch nochmal gut zu wissen. Weil da muss ich nochmal aufpassen, dass es da nicht zu einfach wird. Und ich grüße noch den Bruder von Zaka. Ich habe leider deinen Namen schon wieder vergessen. Deinen echten Namen. Mach ein Glasröhren-Rätsel. Ja, vielleicht mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie ich dieses Rätsel hier oder diese Möglichkeit gut nutze. Weil ich will nur, dass man über diesen geheimen Block in den Secret-Bereich kommt. Mensch, Toadette. Bleib doch mal irgendwo stehen. Aber lass mich in Ruhe. So. Guck mal, so ist glaube ich ganz gut. Weil von hier... Von dem Block aus komme ich nicht nach oben. Ja gut, ich weiß nicht, ob Luigi so weit nach oben springen kann. Müsste man testen. Aber Toadette müsste auf jeden Fall den Block hier aktivieren. Und ich könnte nicht hier rüber drauf springen. Also man muss auf jeden Fall den versteckten Block nutzen. Der ist aber auch echt... Der ist echt schnell zu finden, sage ich jetzt mal. Jetzt keine große Überraschung, aber... Und da muss ich noch ein Hindernis setzen. Das muss ich entfernen. Da setze ich Stacheln. So mache ich das. Ich grüße noch den Bruder Milan. Ich freue mich schon auf, deine Welten auszuprobieren. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch schon und bin gespannt, was ihr zu meiner Welt sagen werdet. Wie bekommt man den unterirdischen Bereich? Kann es sein, dass ich den freigeschaltet habe, indem ich eine bestimmte Anzahl an Level gespielt habe? Das ist mir nämlich aufgefallen. Man kann vieles in Mario Maker freischalten für das eigene Bauen, wenn man selbst viele Level spielt. Und dadurch, dass ich ja für euch viele Welten und Level spiele für die Videos, habe ich vielleicht das eine oder andere unbewusst, ohne es zu merken, freigeschaltet. Also das nur mal so als Hinweis meinerseits. So, ich will jetzt auf jeden Fall Stacheln haben, die aber nicht zu groß sind. Gibt es irgendwo kleine Stacheln? Oder vielleicht auch kleine böse Gegner, Bomben oder sowas. Hm. Also so richtige Stachelblöcke gibt es nicht nur die großen, dicken, aber ich... Gibt es denn auch in klein? Ne, den gibt es nicht in klein. Ja, in groß will ich den aber nicht. Ich will so kleine haben. Nur in Retro. Ja, stimmt. In Retro gibt es ja echt viele. Das ist wahr. Was ist mein Lieblingscharakter? Ich grüße noch den lieben Milan. Schön, dass du zuguckst. Und Atakan grüße ich auch. Mein Lieblingscharakter ist in Mario eigentlich... Ja, eigentlich bin ich schon ein großer Luigi-Fan. In Mario Kart spiele ich super gern mit Prinzessin Peach. Keine Ahnung warum. Kann ich Pocky setzen? Äh, nur den kompletten Pocky? Ach nö. Gibt es gar keine Stacheln? Vielleicht sollte ich einen Gegner setzen. Die Frage ist nur, welchen? Die sind alle nicht so passend. Kriechpiranje. Aber Kriechpiranje sind auch groß. Hm. Hammerbro. Ja, das wäre eine Idee, aber der ist auch groß. Ich brauche irgendwas Flaches, was Kleines. Aber ich glaube, da gibt es nichts. Ne, dann muss ich das doch ein bisschen anders gestalten. Okay, wir machen... Wir machen diesen Secret-Bereich doch ein bisschen anders als gedacht. Wir nehmen nochmal die Stacheln. Da haben wir halt einfach dicke Stacheln da oben. Was soll's. So, weil ich möchte nicht, dass man einfach so in den Secret-Bereich fallen kann. Mit L entferne ich nochmal was. Und... Ja, das ist jetzt echt nicht schwer, der Bereich, ne? Moment, Moment. Ich mach's ein bisschen kniffliger. Ich entferne das noch. Dann mach ich oben nochmal so einen Block hin. Oh, nee. Moment. So. Ach, Mensch. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. Jetzt nehme ich hier diese Klötzchen. Zack, zack. Das kann man eigentlich schließen. Hier kann man das auch schließen, theoretisch. Und hier ist so der Extra-Bereich. Was gibt es denn in den Extra-Bereich? Was sollen wir da für Power-Ups verstecken? Habt ihr da eine Idee? Also, was soll ich da... Vielleicht auch alles Mögliche anbieten. Was man so gerade Lust hat. Achso, Moment. Aber ich möchte das in einem unsichtbaren Block verstecken. Ist das möglich? Also in so einem... Achso, Moment. Hätte ich das sogar groß machen. Was ist das denn? Was hab ich da jetzt gemacht? Was bringt das? Wird man da noch groß oder wie? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. So, das lösche ich erstmal. Mach eine 50-Münze in den Geheimraum. Oh, das kann ich auch machen. Oder aber... Im Geheimraum... Wisst ihr, was im Geheimraum ist? Ein P-Schalter mit einer Tür. Wobei, wo ist die Tür? Wo könnte ich die... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen da den P-Schalter. Ich hab so eine komische Idee. Und die muss ich jetzt mal ausführen. So, das löschen wir. So, Suche. P-Schalter. Da ist er. Der ist hier. Und jetzt würde ich gerne, wenn man den P-Schalter drückt, hier so eine versteckte Tür einsetzen. Wie mach ich das denn? Dass da eine versteckte Tür erscheint. Aber nur wenn man... Nur wenn man den P-Schalter drückt. Ne, das... Ah ja, hier, hier. Da war er. Oh, ich mach mir versehentlich mein ganzes Level kaputt. So, P. So, da kommen wir nur rein, wenn man P drückt. Find ich schon mal cool. Jetzt müssen wir das aber irgendwo verstecken. Die Frage ist nur, wo? Hier, hier. Mal gucken, wo man da rauskommt. Oder? Ja, wir machen das jetzt hier einfach mal... Einfach mal so rein. So. Ich weiß noch nicht, was das bringen wird, aber... Wir gucken mal. Max-Tastisch! Vielen lieben Dank für deine Spende. Das ist super, super lieb von dir. Tausend Dank. Als Dank möchte ich, dass du dir gerne raussuchst, was mit der P-Tür passiert. Falls du eine Idee hast, wird sie auf jeden Fall umgesetzt. Ich hoffe nicht zu kompliziert, dass ich es auch umsetzen kann. So, an alle, die jetzt den Stream verlassen. Danke, dass ihr da wart. Und habt noch einen wunderschönen Abend. Aber ich bleib ja noch dabei, meine Freunde. So. Ich gucke mal ganz kurz hier. Ich habe hier ganz kurz ein, zwei Nachrichten bekommen. Okay. So. Also nochmal, Max-Tastisch. Super cool von dir. Tausend Dank. Ehrlich. Versteckte Blöcke. Wie kann ich denn Items in versteckte Blöcke setzen? Das muss ich auch noch herausfinden. So, Y. So, zack. Oha, Max. Dankeschön. Dankeschön. Da muss ich mal ganz kurz hier umblenden. Also, ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt. Ehrlich. Ach, meine... Jetzt ist meine Maus abgestürzt. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Ich muss meine Maus jetzt einschalten. Ja, Max. Tausend Dank. Also, von dir nochmal eine Spende zu bekommen, nochmal zusätzlich, ist mega stark. Wirklich. Das freut mich sehr und unterstützt mich natürlich hier bei meinem Kanal. Sehr, 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 sehr. Tausend Dank. Mega cool von dir. Also, wirklich. Du hast da was in meinem Herzen. Mein guter. So, ich möchte jetzt in einem Block... Hier. Genau. Hier mache ich das Fragezeichenblock. Kann man auch in versteckten Blöcken was... Also, kann man da was verstecken? So, ich mache das jetzt mal... Oh, nee. So machen wir das. So. Jetzt würde ich gerne entscheiden, was da drin ist. Nein, nicht mit Flügeln. Kann ich da nicht entscheiden, was da drin ist? Ach, man sieht den... Sieht das ja mit dem P. Ich dachte, das wäre komplett unsichtbar. Na, egal. Lassen wir so drin. Ähm... Wechseln wir wieder. So. Oh, Max. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Und oben... Ich muss mal kurz hochscrollen. Max, du bist ja nicht der Einzige, wenn ich das richtig sehe, oder? Ah, nee, doch. Doch, doch. Ich habe nur von dir so ein lustiges Bild bekommen. Deswegen. Du bist hier auf jeden Fall sehr prominent im Chat zu sehen. Also, hier. Wie sagt man so schön? Äh... Tausend Dank. Tausend Dank. Ehrlich. Mega stark von dir. Ihr wisst, das ist... Ähm... Das ist... Ähm... Nicht selbstverständlich für mich. Ich erwarte das nicht. Aber wenn ich von euch was bekomme, dann ist es unglaublich cool. Deswegen. Tausend Dank. Da sind nur Münzen? Kann ich da keine Power-Ups verstecken? Moment. Das muss doch gehen, wenn ich in Power-Ups reingehe. Und dann zum Beispiel... Ich hätte jetzt einfach gerne mal den Boomerang. So. Und den möchte ich jetzt da reinsetzen. Nein. Kann ich den... Kann ich den Boomerang da nicht draufsetzen? Oder geht es nur da nach oben? Max! Das habe ich gar nicht... Das habe ich gar nicht verdient, mein Lieber. Dankeschön. Du bist ja mega cool. Mega stark von dir. Also, alle mal liebe Grüße an den Max dalassen. Hashtag Max ist der Beste. Ja, das war's. Aber das ist auch extrem viel. Danke. Dankeschön. Das ist super cool. So. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Power-Ups da drin verstecke. In den Blöcken. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es versteckt. Oh, mein Gott. Manchmal ist es so simpel. So. Ich lasse da mal das. Und ich möchte aber noch eine Feuerblume verstecken. Und dann kann man es sich raussuchen, was man möchte. So. Okay. Soweit, so gut. Wir haben diesen Bonus-Bereich mal erledigt. Jetzt kommt man hier nach oben. Jetzt brauche ich wieder hier meine Steinblöcke. Jetzt muss ich das da oben mal zumachen. So. Das kann man jetzt löschen, wenn man möchte. Bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Und dann kommt man hier rüber. Ja, dann muss man jetzt hier... Ach so, Moment. Ach, das ist fies, die Stelle. Die ist irgendwie ein bisschen schräg. Komme ich da hoch? Moment, ich brauche noch blinkende Blöcke. Okay. Toadette, teste das gleich mal für mich. So. Dann suche blinkende Blöcke nochmal, bitte. Die müssen wir hier noch fertig setzen. Aber da kommt man als große Toadette nicht hoch. Nee, dann müssen wir das weglassen. Oder ich setze das Ganze nach unten, aber dann hängt da so ein bisschen... Ja, müssen wir tun. Müssen wir jetzt tun. Machen wir das einfach so. Ah, dann ist der Bonus-Bereich aber so eng. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Hm, hm, hm. Liebe Grüße zurück. Dankeschön, Tom. Freut mich sehr, dass du meine Videos gerne anschaust. Cuphead kann ich leider nicht spielen. Ich glaube, Cuphead passt nicht so zu meinem Kanal. Ja, also hier kam eine Frage von Adele. Wenn man spendet, was natürlich nochmal freiwillig ist, möchte ich hier nochmal ganz stark betonen, dann, ja, was heißt, verliert man Geld, ne? Dann gibt man ja etwas von seinem eigenen Geld sozusagen ab. Also, bedenkt das bitte. Und an die jüngeren Zuschauer, unter 18. Äh, das sollen dann, wenn überhaupt, eure Eltern tun. Oder eben nicht. So. Och Mann, immer wenn ich was lösche, dann lösche ich viel zu viel. Das kann auch nur mir passieren. So, jetzt haben wir das Ganze nochmal leider etwas verschieben müssen. Das Level sieht jetzt optisch nicht unbedingt wunderschön aus, muss ich zugeben. So. Das erscheint irgendwo hier. Ich mache mir so einen ganz kleinen Bonus-Bereich, was auch immer es dann da zu holen gibt. Oder vielleicht gibt es eine viel bessere Waffe. Also, was heißt Waffe? Ein besseres Equip... Ich muss mir was ausdenken. Vielleicht auch nur die 50er-Münze oder sowas. So, wie erstellt man einen YouTube-Kanal, kommt von MaxTastisch. Im Grunde genommen muss man sich auf youtube.de bzw. youtube.com anmelden. Und hat dann dadurch, dass man sich da angemeldet hat, schon einen Kanal. Weil man dann direkt auf YouTube, wenn man sich eben angemeldet hat, auch ein Video hochladen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, muss ich zugeben. Ihr merkt es ja selbst, wie ich gerade hier am Stottern bin. Aber, ähm, zum Groben, ja, muss man sich da anmelden und kann dann schon super easy peasy loslegen. Und hat dann schon seinen Kanal. So, gibt es hier, das würde mich noch interessieren, so eine kleine Steigung. Weil da muss man nicht so komisch draufspringen. Ja, so ein kleiner Hang. Kann ich den da einbauen? Äh. Ja, so passt das doch. Das sieht jetzt optisch echt nicht schön aus, ne? Aber man kann jetzt ganz normal da nach oben laufen. Und hat hoffentlich hier das deaktiviert. Jetzt fehlt da oben noch ein Stein. Achso, äh. Man kann ja dann drüber springen, oder? Ne, kann man nicht. Oh ja, sehr gut. Man kann nicht drüber springen. Okay, ich probiere mal soweit das Level aus. Macht euch die Tür in den Katzekopf. Oh, da müsste ich erstmal eine Katze noch gestalten. So, Max, bitte grüß deine Mama ganz lieb von mir. Ähm. Nicht nur danke an dich, sondern auch danke an deine Mama, dass sie das erlaubt. So, bis wie viel kann man spenden? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, äh, das ist nicht limitiert. Also man kann so viel wie man möchte, soweit ich weiß. Aber, ähm, ja. Müsst ihr euch überlegen. So, Achtung. Oh, ja, ja. Jetzt sehe ich, das ist doch ziemlich fies. Das ist fieser als ich dachte. Aber cool, cool. Hier mit der Stampfattacke von unserem lieben Hammerbro. So, hier kommen noch Goombas. Wobei es wird dann schon knifflig, wenn die Goombas noch kommen. So, P-Schalter funktioniert super. Dann komme ich da rein. Ah, das muss ich nochmal verschieben. Das habe ich nicht ganz sauber gelöst. Um einen Block runter. Okay. Durch P gehe ich jetzt mal nicht, weil ihr wisst ja, wo ich lande. Nämlich im Nirgendwo. Hier kann man schummeln mit einem Wandsprung. So, und das habe ich ja aktiviert. Das heißt, die Blöcke sind da. Okay, cool. Ich würde sagen, wir lassen den Abstand mal so stehen. Ich glaube, den Block nehme ich weg, damit man gezwungen ist, einen Wandsprung zu machen. Ähm, dann muss ich das noch eins nach unten setzen, damit man die Power-Ups bekommt. Und dann, lieber Max, was soll denn hier passieren? Hast du eine Idee? Hast du einen Wunsch? Ich würde dich das gerne entscheiden lassen, was hier passiert, wenn man in den Bonusraum kommt. Gibt es vielleicht eine 50er-Münze? Gibt es vielleicht noch was anderes? So, kannst du mal Zelda aufnehmen? Ich habe schon mal Zelda gespielt, lieber Atakan. Schau da gerne mal Zelda Link's Awakening an in meinem Playlist. Da gibt es so Videos von Zelda. Danke auch an Thomas Müller für das tolle Lob. Liebe Grüße an den Sohn. Freut mich sehr, dass auch er zuschaut und viel Spaß mit den Videos hat. Und da meine Maus jetzt wieder funktioniert, ist es schon etwas dunkler geworden, wie ihr sehen könnt. Will ich nochmal Hallo sagen an alle, die jetzt zuschauen. Und nochmal Max an dieser Stelle, nochmal ganz offiziell von mir in die Kamera gesagt. Tausend Dank. Tausend Dank. Nicht selbstverständlich für mich. Es wird niemand gezwungen. Wenn jemand aber etwas spendet, finde ich das super. So, zurück zum Level. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Wird das eigentlich gehen, dass man Katze einbaut im Level oder geht das nicht? Also wenn man Katze nachbaut, dann geht das schon. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Jetzt kümmern wir uns mal ganz kurz noch um die Power-Ups und dann gucken wir mal, wo die Röhre hinführt. Und den zweiten Bereich, wo die Röhre hinführt, den mache ich jetzt nicht zu groß, damit wir einfach mal ein Ende für dieses Level hier finden. Das heißt, Power-Ups, meine Lieben, was wollt ihr, was könnt ihr, was schlägt ihr vor? Ich würde auf jeden Fall ganz am Anfang ein Power-Up einsetzen, damit auch jeder, der vielleicht etwas jünger ist, auch direkt mal die Chance hat, hier was Tolles zu bekommen. So, am besten hier, weil dann stört es auch nicht beim Sprung. Und da setze ich jetzt einfach nur mal einen stinknormalen Pilz. So, das reicht schon aus. In der Hoffnung, dass der Pilz natürlich nicht runterfällt. So, zack, Pilz, Pilz rein. So, hier kriegt man einen Pilz. Läuft man hier durch, hier fliegen die Hotheads rum, bla 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 bla. Soweit, so gut. Dann würde ich jetzt hier einfach nochmal einen versteckten Block einsetzen und probieren, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob man in versteckte Blöcke auch Power-Ups setzen kann. Also, zack, hier versteckter Block. Zack, 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 Pilz, zack, da rein und da rein. Oh, das geht, okay. Lass uns das mal ganz kurz ausprobieren. So, pum, pum, pum. Hier hole ich mir den Pilz. Soweit, so gut. Hier springe ich rüber. Den mache ich platt. Oh, nicht so schlimm, denn es gibt hier den versteckten Block. Zack, habe ich wieder einen Block. Oh, schon wieder getroffen. Und abgestürzt. Okay, cool. Soweit, so gut. Oder wisst ihr, was ich noch mache? Soll ich noch einen Stern setzen, damit man hier gut durchkommt? Was meint ihr, Stern oder Pilz? Oh, äh, Max, sorry. Dann habe ich es wahrscheinlich übersehen mit dem Secret Room. Room? Dann muss ich nochmal hochscrollen und gucken, wo du das geschrieben hast. Äh, vielleicht kannst du mir das nochmal ganz kurz hier copy-pasten, also nochmal kopieren, was du geschrieben hast. Ähm, Pilz. André sagt Pilz. André sagt Pilz. Okay. Pack über die Hotheads Münzen. Dann wissen Spiele Bescheid, dass da welche sind. Gute Idee. Gute Idee. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ähm, das ist ein sehr guter Hinweis. Gerade für die versteckten Blöcke. Also hier. Ach so, ach so, nee, Quatsch. Du hast ja gemeint, über die Gegner, dass man da noch Münzen setzt. Ja, aber das ist auch eine gute Idee. Ich dachte über den versteckten Block. Äh, 100 Münze und 5 Lucky Block. Was ist denn der 5 Lucky Block? Den kenne ich noch gar nicht. Stern ist zu schnell? Okay. Okay. Nee, da bin ich ganz bei dir. Große Goombas. So, ich setze erstmal die Münzen. Weil das ist eigentlich eine ziemlich nette und schöne Idee. Dass man das auch fair setzt. Münze. Einmal da. Äh. Hallo, Münze? So. So, zack, zack, zack. Münze, Münze, Münze. Ich setze noch eine Münze hier nach oben. Dann weiß man, aha, okay. Wenn man da die Münze sich erspringt. Wobei, wenn man von hier springt, dann weiß man nicht, dass da ein versteckter Block ist. Ich setze ihn trotzdem mal da. Und dann einfach setze ich auch jeweils hier eine Münze. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. So, und hier. Und die Münze setzen wir da drauf. Da, da, da. Kann ich hier noch ein paar Münzen platzieren? Upsala. Ja. So. Hier setze ich keine Münze hin. Ich möchte es hier so ein bisschen... Wobei, doch, hier oben. Okay. Und dann würde ich sagen, hier im Tunnel kriegt man nochmal... ...ein paar Münzen geschenkt. So. So, die da oben jetzt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nehmen wir acht. Denn acht ist meine Lieblingszahl. Und dann haben wir den Bereich eigentlich ganz gut gemeistert. Ich werde jetzt noch ein, zwei Goombas hier setzen. Und dann würde ich sagen, wir lassen das erstmal so, oder? Ach, der Lucky Block ist ein Fragezeichenblock. Okay. Mit einem Item kommt man nicht zur Röhre. Doch, man kann nämlich krabbeln. Ich teste das mal ganz kurz für euch. Also man müsste eigentlich hochkommen können. So, Moment. Eins, zwei, drei, zack, zack, zack. Wandsprung. Jetzt müssen wir hier auch nochmal warten. Und dann rennen wir hier durch. Ah, Moment mal. Ich kann auf der Stufe... Ach, das ist ja ärgerlich. Ja, außer aber ich zwinge den... ...den Spieler, dass er sich hier einmal treffen lassen muss. Hm. Das ist eine gute Idee. Was machen wir da an der Stelle? Habt ihr eine Idee? Aber das ist ein guter Hinweis. Sehr, sehr guter Hinweis. Fünf Fragezeichenblöcke. Ach so, das meinst du. Okay. Das können wir machen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. So. Hallo Mia. Schön, dass du da bist. Oh, du bist schon seit dem Lego Ninjago Movie Spiel dabei? Dann bist du extrem lange dabei. Freut mich sehr. So, ich würde das gerne mit dem Krabbeln irgendwie lösen. Aber das stimmt natürlich, dass es da nicht möglich ist. Und noch weiter runter setzen finde ich auch doof. Kann man da oben nicht irgendwie so einen Gegner setzen? Also so, dass man als Spieler gezwungen wird. Wobei, ne, wisst ihr was, wir machen das so. Das ist jetzt nicht elegant gelöst, muss ich zugeben. Wenn man groß ist, dann muss man einfach in die Stacheln reinspringen. Damit man hier durchkommt. Dafür kriegt man dann direkt nach der Röhre wieder ein neues Power-Up. Was wiederum bedeutet, dass die Power-Ups, die man da unten bekommt, gar nicht so den großen Nutzen haben, oder? Ach, das ist doch irgendwie, das ist doch irgendwie ärgerlich. Hm. Vielleicht sollte man das doch ein bisschen anders lösen. Aber das nochmal runtersetzen, das ist doch auch irgendwie nicht so richtig, oder? Was meint ihr? Hm. Oh, dankeschön. Drei Ü-Eier von deinen drei Musketieren. Aurora. Oh, ihr seid ja super lieb. Tausend Dank. Liebe Aurora, ganz, ganz liebe Grüße. Du schaust ja gerade zu. Mit deiner Schwester und mit deiner Mama. Freut mich sehr. Dankeschön. Super cool und super lieb von euch. Echt, echt klasse. Freut mich riesig. Adele, du hast ja schon mehrmals gefragt, verliert man Geld, wenn man spendet? Ja, also, in Anführungszeichen, man verliert das. Das stimmt. Also, wenn man etwas ausgibt, dann hat man das ja nicht mehr. Das gilt auch für eine sogenannte Spende. Ähm, ich bin gerade echt am überlegen, wie ich das anders regeln kann. Denn es gefällt mir, wie es gerade ist, nicht so, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Hm. Okay. Weißt du was? Wir lassen das jetzt einfach so. Man kann ja ein Level immer noch anpassen. Und ich kriege ja von vielen von euch Feedback. Vielleicht habt ihr nochmal Ideen oder wir machen das zu einem späteren Zeitpunkt. Aber kommen wir jetzt zu diesem Extra-Bereich, den wir noch haben. Ähm, und den machen wir jetzt folgendermaßen. Äh, wir setzen da... Okay, das ist echt ein Bereich, da kriegt man vieles jetzt geschenkt im Spiel, sozusagen. Wir löschen das. Zack, zack, zack. Ich darf mir jetzt eine Münze raussuchen. Ja, kann ich die nicht irgendwie zentral-mittig platzieren? Anscheinend nicht. So, wir machen hier... Moment. Die setzen wir da hin. Daraus machen wir eine 50. Und... Genau, die kriegt man jetzt nur, wenn man sich das Item Boomerang geholt hat. Dann kommt man da so hin. So machen wir das. Und jetzt brauchen wir noch die 5 Fragezeichenblöcke. Muss ich mal gucken, wie ich diese platziere. Und was soll da drin sein? Soll da überhaupt was drin sein? Oder muss da nichts drin sein? Lieber Max. So, ich setze die mal jetzt so... Upsala. So hin. Und das lösche ich mit L wieder. Das auch. Und setze oben hier noch einen Block hin. Oh, jetzt sind das erst 4 Fragezeichenblöcke. Einer fehlt noch. Und den setze ich einfach mal... So mittig. So, jetzt wäre noch die Frage, was da drin ist. Kamek als Zwischenboss. Ja, wobei, ich überlege gerade... Je nachdem, wo man mit der Röhre dann rauskommt. Wisst ihr? Was ist denn da rechts? Ist das eigentlich meine Flagge? Oder was habe ich da? Doch, die Zielflagge. Okay. Weil da hätte ich ja gerne Miauser nochmal als Gegner. Und da müsste ich als Voraussetzung einstellen, dass man mindestens Miauser besiegen muss. Wisst ihr, was ich mache? Ich setze da einfach einen ab, Pilze. Okay, ich grüße die liebe Sarah an dieser Stelle. Lese ich gerade im Chat. Ganz, ganz liebe Grüße. Zack. Y. Ein ab. Ja, und die... Die spam ich jetzt hier zu. Vielleicht finde ich noch eine bessere Verwendung, aber erstmal finde ich das so ganz passend. Wobei, jetzt macht es natürlich mehr Sinn, dass da keine versteckten Blöcke sind. Weil sonst ist ja... Doof. Ich lasse es mal so. So. Okay. Danke an Tom Peppler, dass ich dein Lieblings-YouTuber bin. Freut mich sehr. Dankeschön. Super cool. Wo hast du die Röhre gebaut? Ja, mit der Röhre geht es jetzt weiter. Nämlich in einen anderen Abschnitt. Dazu tausche ich hier. Jetzt frage ich mich, wie ich da runterkomme. Schaut mal hier. Ich kann nämlich, zack, auf die 2 gehen. Und habe ich hier nochmal einen Extra-Bereich. Was wollen wir denn im Extra-Bereich? Und jetzt kommt wieder die Frage von vorhin. Was wollen wir dann da für ein Spiel... Achso, nee. Spielthema lassen wir. Für eine Umgebung nehmen. Also meine Lieben, jetzt seid ihr wieder dran. Was nehmen wir für eine Umgebung? Ich habe aber schon eine Idee, was ich machen möchte. Drinnen ganz viele Münzen. Finde ich gut. Ganz viele Münzen. Das ist so die Röhre, die hier rauskommt. Und die Röhre führt dann wieder zurück in die Lava-Welt. Dann kommt Bowser als Endboss. Und dann ist das Level beendet. So. Oberwelt, Eis, Wüste. Adele, danke, dass du da warst. Mach's gut. Winter, Oberwelt, 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 Wüste. Wüste, Winter. Also Wüste und Oberwelt liegen gerade vorne. Wobei, Eis. Winter kommt jetzt öfters mal vor. Wüste. Wüste oder Eis? Drei für Wüste, drei für Eis. Okay, der Nächste entscheidet. Wüste oder Eis? Je nachdem, was ihr schreibt. Das Nächste, was ich lese, ist dann das Thema für diese Umgebung. Wüste oder Eis? Eis. Okay, Mel hat geschrieben. Wir nehmen Eis, also Schnee. So. So, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ist jetzt natürlich ein starker Kontrast zu dem, was wir gerade hatten. Aber trotzdem ganz cool. So, meine Idee. Wir machen da jetzt nicht so viel Schnickschnack. Wir kommen da jetzt mit der Röhre raus, müsst ihr euch vorstellen. Okay? So, wir setzen hier erstmal eins. Ach, Toadette, du bist wieder im Weg. Eins, zwei, drei. Ne, mach mal vier. Hier kommen die Röhre. Da kommen wir nämlich raus. Naja, vielleicht gibt es ab und zu mal hier ein paar Hindernisse, wo man springen muss. Aber noch nicht gleich am Anfang. Also, Moment. Wisst ihr, was meine Idee ist? Ein Bully Bill oder Bullet Bill verfolgt uns. Das ganze Level hier. Ich hoffe, ich kann das soweit links platzieren. Wenn nicht, muss ich ein bisschen schieben. Also, Ypsilon. Wo bist du denn? Da bist du. Riesen Kugel, Willi. Dich hätte ich nämlich gerne. Und du fliegst aber in die andere Richtung, mein Freund. Genau. Der fliegt hier direkt los. Und man kann... Am besten gleich zwei. Wenn schon, denn schon. So, zwei fliegen los. Man kommt da aus der Röhre heraus. Und dann muss man einfach durchrennen. Y. Röhre. Das ist jetzt so meine Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Vielleicht sagt ihr, oh, Katze, das ist ein bisschen blöd. Aber ich finde das gerade eigentlich ganz cool so. So, kann ich die Röhre ein bisschen größer machen? Moment. Ja, da muss man durchkommen. Und man kommt da in der Lava-Welt raus. Bitte platziere die Ausgangsröhre. Ja, ihr seid mehr Witzbeute. Das ist die Ausgangsröhre. Naja, aber... Ach so. Kann ich sie nicht drehen? Nur, weil sie nach oben geht, muss ich sie jetzt so platzieren. Nee, oder? Ach, ihr seid doch fies. Ach, nö. Kann ich sie echt nicht drehen? Doch, das muss doch gehen. Das muss doch gehen. Jetzt kommt schon. Ach man, wenn das nicht geht, dann ist es echt komisch. Aber dann... Ja, da muss ich mir einfach was anderes überlegen. Dann komme ich eben von der Seite raus. Nein, nein, nicht die Farbe ändern. So. So, einmal drehen, bitte. Toadette, du kannst mal zur Seite gehen. Die Röhre kommt zurück auf ihren Platz. Ich teste das mal ganz kurz. So, wo lande ich denn? Ah doch, das klappt. Okay. Das ist doch gut. Ich will da unten aber noch Steine setzen, sonst liegt das mit den Steinen, liegt die Röhre in der Luft. André, nee, deine Ideen sind nicht Müll. Ich habe sie gerade nur noch nicht gelesen. Einen roten Schlüssel. Pass auf, wir setzen rote, rote... André, aber jetzt muss ich dich loben, weil das mit den Schlüsseln ist wieder eine gute Idee. Weil wir setzen ganz viele Münzen und rote Münzen, damit man einen Schlüssel bekommt. Und das würde ja bedeuten, man kann ja unter Umständen das alles nicht sammeln. So, hier muss man dann durchrennen. Hier gibt es rote Münzen und dann geht es hier raus. So, das ist jetzt die Idee. Okay, äh... Du bist wieder da, willkommen zurück, willkommen zurück. Spielst du das gleich? Was genau spiele ich gleich? Mario 35 hatte ich ja noch geplant, ne? Weiß ich nicht, ob ich dazu komme, weil wir jetzt schon ziemlich lange an dem Level bauen. So, ich setze jetzt nochmal ein paar Blöcke. So, und zwar... Die lösche ich. Okay, so. Dann haben wir hier mal so einen Block als Hindernis. Dann haben wir mal zwei. Dann haben wir mal hier so ein paar. Die lösche ich. So, dann haben wir hier mal ein größeres Hindernis. Hier nochmal ein kleines. Und dann reicht das schon. Und dann kommt schon die Röhre. Aber eine andere. Und zwar eine blaue. Warum auch immer einfach so eine blaue. So, die will ich noch drehen. Ist ja klar. Moment, so rum. Setzen wir da drauf. Und dann setze ich hier den Block. Ja, sieht doch gut aus. Okay, hier machen wir noch zu. Das ist jetzt nur ein kurzer Abschnitt. War, war, wie da Geld geschieht. So, die Kugel sind so langs auf dem Weg. Ah, auf dem Weg Fließbänder. Oh, echt? Okay, wir überlegen uns das mit den Fließbändern noch gleich. Michael, ich dachte jetzt nur, wenn man jetzt noch nebenbei Münzen sammeln muss, dann kann es vielleicht ein bisschen schwer werden, oder? Was meinst du? So, schaut mal. Jetzt haben wir das... Oh. So war das nicht geplant. Moment. Ich wollte das hier natürlich nicht schließen. Nochmal. Hier weiter. Hier wird es geschlossen. So, machen wir es ein bisschen dicker. Okay. So. Oh, gefällt dir das Level nicht, Sehmet? Schade. Ich hoffe, es gefällt dir vielleicht noch am... Fügst du Lemmy hinzu? Ich könnte Lemmy hinzufügen. Aber ich würde stattdessen lieber... Ähm... Na. Sag es mir. Bowser hinzufügen. Weil es kam da vorher noch als Idee. Okay. So, rote Münzen. Es gibt jetzt rote oder rosafarbene Münzen zu holen. Manche sind vielleicht ein bisschen schwerer zu holen, manche nicht. Und man muss sie nicht holen, aber man kriegt vielleicht einen Bonus. So, die stellen wir... Setzen wir da hin. Und die letzte... Die letzte setzen wir da drauf. So, okay. Ein... Wie viele haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier... Vier. Komm, eine noch. Eine setzen wir noch irgendwo hin. Hier. Hier einfach. So. Okay. Und ansonsten knallen wir das ganze Level noch mit Münzen zu. Und dann gucken wir mal. Von Michael kam ja noch der Vorschlag mit den Fließbändern. Je nachdem, wie schnell die... Oh, jetzt habe ich die einfach überschrieben. Je nachdem, wie schnell die Kugelwillis sind. So. Auf den Nintendo Switch kann man das jetzt natürlich super ausfüllen. Todette, du bist wieder im Weg. Ja, schönes Bonus-Level, oder? Was meint ihr? So, ich bin echt gespannt, wie das ankommen wird. Spiel mal Lego. Let's go Evoli. Ja, Let's go Evoli habe ich mir jetzt endlich gekauft auf Ebay. Und das kommt jetzt in den nächsten Wochen im Katze-Club als erstes. Wisst ihr was? Eigentlich hätte ich zuerst die goldenen Münzen platzieren sollen. Und zum Schluss erst die Schlüssel. Dann wäre das einfacher. Weil dann müsste ich nicht so darauf achten, dass ich sie überschreibe. Ach ja, schön Münzen. Oh, jetzt habe ich wieder eine überschrieben. Schön Münzen verteilen. Mal gucken, wer die meisten sammeln kann. Oh, da unten habe ich jetzt versehentlich wieder ein paar hin platziert. So. Will ich ganz kurz korrigieren. Nein, nein, nein. Das will ich gar nicht. So, weg damit. Und hier wieder die rote hin. Die zwei kommen auch weg. Und jetzt geht es hier nochmal weiter. So. Mach doch an der Röhre. Ne, was denken. Einen Block oder was meinst du? Soll ich da noch ein anderes Hindernis hinpacken? Also irgendwie einen Gegner am Ende? Oder soll ich einfach alles voll mit Münzen zuknallen? Also wenn ihr sagt, nee, Katze, da gehört auf jeden Fall noch ein Gegner hin, dann sagt mir das gerne. Dann baue ich da noch einen Gegner ein. Aber dann haben wir hier einen Abschnitt, der auch ein bisschen verwirrend aussieht. Und nicht so stark, aber dezent auch ein bisschen die rosa Schlüsselmünzen kaschiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt haben wir alle drin. Ich probiere das mal ganz kurz aus. Und dann sehe ich auch, wie schnell die Kugelwillis sind. Ja gut, die sind echt nicht so schnell, ne? Okay. Ja, dann setzen wir auf jeden Fall. Oder? Was meint ihr? Ja, ähm, sollen wir Kugelwillis, also sollen wir einen Turbostreifen einsetzen oder nicht? Wie viele Mitglieder hat der Katze-Club? Der hat aktuell, wenn ich mich nicht alles täusche, 46 sind wir, glaube ich, gerade. Hallo Andrea, ich höre dich, also ich lese zumindest deinen Kommentar. Mach eine Zielbedingung. Ja, die Zielbedingung wird sein, Bowser zu besiegen. Das ist so die Idee. Okay, ich setze noch für den lieben André noch Eiszapfen rein. Hat er sich gewünscht. Und ich setze die Eiszapfen... Muss ich mal ganz kurz gucken, wo die sind. Hier. Gleich hier rein. Kriegen wir gleich eins auf den Deckel, wenn man kommt. Also jetzt noch Turbostreifen für die Kugelwillis. Ich frage mich dann aber nicht, ob sie zu schnell sind. Wir müssen das mal ausprobieren. Ähm, das heißt... Zack, zack. Turbostreifen. Wo seid ihr? Die sind, glaube ich, ganz rechts, oder? Ja, hier. Sprintblock heißt das Ganze. Und die setze ich jetzt da drauf. Kann man die noch größer machen? Nee. Okay, wir testen das mal. Oh. Moment. Nochmal. Aber die werden doch nicht schnell... Oh, die Eiszapfen machen die Kugelwillis kaputt. Oh, André, mein Lieber. Wir können die Eiszapfen doch nicht nehmen. Weil die machen unsere Kugelwillis kaputt. Schade. So, Michael, du musst mir nochmal helfen. Wer wird das machen mit dem Turbostreifen? Ich entferne sie mal ganz kurz. Und füge die normalen Blöcke hinzu. Übrigens, da ja viele Pokémon-Fans auch im Chat sind, wie ich es gerade lese. Ähm, ich werde bald... Also, was heißt bald? Quatsch. Anders gesagt. Wenn ihr wollt, kann ich noch, ähm... Mal in einem Livestream... Eine... Na? Helft mir. Eine... Ein Pokémon-Schild weiterspielen. So, wir kommen jetzt raus aus dem Bonus-Bereich. Und sind jetzt... Keine Ahnung, wo wir sind. Okay, da ist das Ziel. Und wir sind jetzt hier. Und jetzt kommt es schon zum großen Endboss-Kampf gegen Bowser. So. Das heißt, wir sind wieder zurück in der Lava-Welt. Und ihr seht schon, unser Level ist schon fast fertig. Es ist nicht perfekt, aber es hat ein paar nette Gimmicks, wie ich finde. Jetzt machen wir hier noch eine Wand hin, damit auch niemand auf die Idee kommt, zurückzulaufen. So. Und jetzt gibt es Bowser. Und es wäre noch die Frage, habt ihr Lust, dass wir den Kampf irgendwie noch schwieriger machen oder so? Also, was meint ihr? Wie können wir den Kampf am besten gestalten? So, ich lese mal ganz kurz im Chat weiter. So, also wir haben uns am Anfang auf jeden Fall im Livestream gemeinsam für Bowser entschieden. Deswegen werde ich jetzt nicht Lemmy oder so einsetzen, sondern Bowser. Ja, okay. Manche sagen Bowser anscheinend. Aber, ähm, äh, ich kenne tatsächlich den guten alten Freund unter dem Namen Bowser. Und da ich das immer sage, werde ich das, glaube ich, auch weiterhin beibehalten. Mit fliegenden Gegnern, die runterkommen. Okay. So, was wir auf jeden Fall machen. Aber sagt's keinem. Wir setzen für alle, die Schwierigkeiten haben, gegen Bowser zu kämpfen, einen versteckten Block. Und wisst ihr wo? Den setzen wir ganz oben hin. Ich überlege gerade. So. Und so. Und wisst ihr, was da... Achso, Moment. Muss ich aber meine Wand ein bisschen größer machen. Denn das hat auch alles einen Grund. Ich möchte hier einen Stern hinsetzen. Wisst ihr, für alle, die jetzt nicht unbedingt super, super, äh, gut sind im Spiel. Das klingt ein bisschen fies. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ich muss übrigens noch meine Zielflagge mal platzieren. Das würde ich gerne jetzt kurz machen. Wo kann man denn die Ziel... Hier kann man die Zielflagge gut. Ja, das ist cool. Damit man hier nochmal von vorne anfangen kann. So. Ähm... Ja. Wie schon gesagt. Ich möchte einmal eine Münze setzen. In den versteckten Block. Wobei, da ist, glaube ich, automatisch eine Münze drin. Und hier einen Stern. Da kann man Bowser natürlich sofort besiegen. Aber, wie schon gesagt. Für alle, die jetzt ganz jung sind. Und dem möchte ich auch eine kleine Möglichkeit geben, Bowser und damit auch das Level durchzuspielen. Ein Superstern. So. Macht natürlich auch ein bisschen den Highscore kaputt. Also, falls jemand einen Highscore aufstellen möchte, aber... Also, gucken. So. Zack. Superstern. Okay. Ja. Läuft doch super. So. Toadette geht jetzt baden. Mach ein Goomba... Oh, ein Goomba-Turm ist eine coole Idee. Das finde ich cool. Wir können ja, bevor Bowser kommt, noch einen Goomba-Turm aufbauen. So. Wie besiegt man Bowser? Gibt es eine besondere Plattform oder nicht? Ich gucke mal ganz kurz. Was haben wir denn so Plattformmäßiges? Sprintblock, Trampolin... Naja. Wolkenfloß. Hm. Ne, also mit den... Mit den Dingern bin ich nicht so... Bin nicht so d'accord. Kannst du wieder Animal Crossing aufnehmen? Aktuell nur in Form eines Livestreams, aber machen wir ganz bald wieder. Kann ich Ricardo ein Ski sein? Ja, Ricardo, wenn du im Katze-Club bist, dann kannst du gerne dann einen Kommentar hinterlassen, denn da vergebe ich wieder Pokémon-Namen. Geht nicht, geht nicht. Oh, es geht... Es geht kein Goomba-Turm, oder was meinst du? Der Apfel. Buhu-Bomben. Goomba-Turm geht nur in Retro. Ach so, schade. Kannst du mich grüßen? Ja, klar. Liebe Alexandra, ich grüße dich ganz herzlich. So, ich muss mal kurz gucken. So. Ach so, es gibt keine Bedingung, wenn ich die Flagge setze. Ah. Das ist ja, das ist ja knifflig. Na gut. Ja, wenn das so ist, dann muss ich meine Bedingung wohl wieder entfernen. Äh, Moment, Moment. Mach ich gleich. Ich setze mal ganz kurz hier das Level zu Ende. Wir können ja nachher nochmal ein bisschen was anderes platzieren. Mhm. Muss man hier irgendwas machen? Damit man hier ins Ziel kommt. Vielleicht so. Machen wir das so. Damit wir ein bisschen Lava noch im Spiel haben. Und dann setzen wir noch Dönerblöcke. Donutblöcke, wollte ich sagen. Donutblöcke nach oben. Ähm, L aktivieren. Zack, zack. Donutblöcke. Wo seid ihr denn? Und man muss ja noch was machen. Wenn man die ganzen Münzen eingesammelt hat, ne? Darf man nicht vergessen. So. Und dann kann man so ins Ziel reinspringen. Okay. Jetzt setzen wir mal ganz kurz schon mal Bowser drauf. Damit wir den einfach schon mal im Kampffeld haben. Oh, das ist Miauser. Okay, wir lassen Miauser. Kann man den größer machen? Nein, der soll nicht runterkommen. Der soll einfach nur groß sein. Ja, richtiger Bowser-Kampf. Ist ja klar. So, das... Auf jeden Fall, das ist die Zielbedingung. Das muss ich mal ganz kurz einstellen. Weil ein... Ja, genau. Genau. Muss ich erst mal löschen. Habe ich ja von euch den Hinweis bekommen. Äh, so. Nein. Manchmal bin ich so verwirrt, wenn ich da in diesen komischen Baumodus bin. So, wir müssen auf jeden Fall noch die Tür für die roten Münzen platzieren. Da gibt es auch nochmal irgendwie einen Bonus oder sowas. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Okay, passt auf. Wir machen folgendes. Das geht... Erstmal raus. So, dann Zielbedingungen. Zielbedingungen, Elemente, Zustand, Elemente. Ja, genau. Besiege. Besiege Miauser und erreiche das Ziel. Okay. Das ist die Zielbedingung. Das heißt, man muss auf jeden Fall Bowser besiegen. Sonst kann man nicht weiterspielen. Oder das Level beenden. So. Wir haben ja in dieser Eiswelt... Ähm... Na, sagt's mir. Die... Die... Ich bin total verwirrt. Wir haben ja in der Eiswelt die Schlüssel gesammelt. Also, wenn man fleißig war. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen anders. Schaut mal. Ich mache das weg. Setze da jetzt die Tür. Ähm... Und dann kommen wir in den Bonusbereich, wo man diesen Stern sich holen kann. Wenn man denn möchte. So, ich brauche nicht nochmal eine P-Tür. So. Da kann man reingehen. Und dann kommen wir jetzt irgendwo da oben raus. Und kann sich den Stern krallen. So, das heißt, hier nochmal. Zack, zack, zack. Naja, wobei... Na doch, lassen wir so. Machen wir das hier noch zu. Das weg. Dann setzen wir hier einen... Fragezeichenblock. Der aber auch sichtbar ist. mit dem Stern. So. Stern, wo bist du denn? Mein lieber, kleiner, süßer, schnuckeliger Stern. Dich brauchen wir. So, da ist der Stern. Der kommt da rein. So. Und mit dem Stern kann ich da natürlich alles besiegen. So, bevor Bowser kommt, kriegt man aber auf jeden Fall, egal ob man den Stern holt oder nicht, Power-Ups. Wie mache ich das denn? Das hat... Wer hat das immer so schön gemacht? Fällt mir der Name nicht ein. War das nicht ein Max? Irgendjemand von euch war so cool und hat eingestellt, dass aus einer Röhre immer wieder konstant Feuerblumen kommen. Das möchte ich eigentlich auch machen. Oder aber... Was meint ihr? Dass man unendlich viele... Lolo war das, ne? Ja, genau. Denke ich auch. Ach so. Was wäre besser? Eine Röhre, wo die ganze Zeit Feuerblumen rauskommen? Oder lieber fünf Fragezeichenblöcke, wo man sich fünfmal Feuerblumen rausholen kann? Was findet ihr besser? Schreibt das mal in den Chat. Daniel fragt mich, wo ich Katze her habe. Katze habe ich mir selber nähen lassen. Ich zeige euch mal ganz kurz in die kleine Katze hier. Ja, es ist schon ziemlich dunkel geworden, muss man dazu sagen. Ja, Katze ist immer da. Kennt ihr ja vor allem auch von Instagram. Da zeige ich die Katze immer wieder. So. Feuerblume, Röhre. Fünf Feuerblumen. Röhre, Röhre. Ich glaube, die meisten sind jetzt für... Wobei, mehrmals Röhre kommt von Apfel. Okay. Ich glaube, die meisten sind für die Röhre. Okay. Also wenn ich das grob überblicke, manche haben es doppelt geschrieben, aber ich glaube, ja doch, Anja hat es auch nochmal bestätigt. Genauso wie Hü, Fähnö. Ähm, ich nehme die Röhre. Das heißt, hier packe ich nochmal eine Röhre, wo man sich unendlich viele Feuerblumen holen kann, sodass man den fiesen Bowser auch wirklich besiegen kann. So. Zack, zack, zack. Dann hole ich mir eine Röhre. Und die finde ich... Ich vergesse immer, wo die ganzen Sachen liegen. Da unten. Die habe ich natürlich direkt falsch platziert. Kann ich die ein bisschen größer machen? Ja, gut. Und da hätte ich aber gerne eine rote Röhre für Feuerblume. Passt auch farblich ganz gut rein. Und da gibt es jetzt die sogenannte Feuerblume im Kampf gegen Miauser. So. Und ich glaube, da kommen jetzt immer wieder welche raus, oder? So, gucken wir mal ganz kurz. So, hier steht in der Luft, zack, aber das ist klar. Ich habe jetzt keine Schlüssel gesammelt. Kriege jetzt meine Feuerblume. Und jetzt kann ich gegen Miauser kämpfen. Okay, cool. Und wenn ich ihn besiegt habe, klar, dann geht es weiter. Zack, auf die Donutblöcke, ins Ziel. Und ich habe es geschafft. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, ob wir hier noch das Ganze ein bisschen schwieriger gestalten wollen. Den Kampf. Das Kampffeld. Mach's gut, Anja. Danke, dass du da warst. Ah, okay, Michael. Das ist echt gut zu wissen. Ich dachte, ich darf jede Farbe oder jede Röhrenfarbe nur einmal verwenden. Deswegen habe ich jetzt bewusst die rote genommen. André, ich kann gerne mein eigenes Level am Ende spielen. Das mache ich gerne für euch. So, wir beenden jetzt das Level gleich. Die Frage ist nur, wollen wir das ein bisschen schwieriger machen? Ich sehe schon, Yoshi soll ich noch einbauen? Ich weiß aber nicht, ob Yoshi hier eine wichtige Funktion hätte. So, Super Mario King. Also der Riccardo schreibt, mit Spikes könnte ich das machen. Spikes wären auf jeden Fall eine Idee. Tom Peppler, danke, dass du da warst. Mach's gut. Okay, ähm, pass auf. Wir gucken nochmal, was wir so haben. Normale Blöcke ist ja klar. Wobei, normale Blöcke könnte Bowser auch kaputt machen. Das ist dann ein bisschen zu fies. Donut Blöcke sind natürlich immer eine gute Option. Ähm. Ja, da bin ich nicht so damit. D'accord hier. Warp-Box. Die Warp-Box. Hm, ja, die macht jetzt auch an der Stelle keinen Sinn. Was haben wir hier? Blink-Box. Äh, Blink-Box ist fies, aber kann eigentlich ganz lustig sein. Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Äh, äh, äh. Okay, ich glaube, jetzt kommt gerade keine konkrete Idee. Deswegen werde ich jetzt einfach mal selber das kurz bauen. Stacheln lasse ich mal weg, weil wir einfach unten schon die Lava haben. Ich nehme mal aber den, die Blink-Blöcke. Das heißt, es gibt einen Abschnitt, wo man einfach aufpassen muss, dass man nicht durchfällt. Und das immer so in Zweier-Blöcken. So. Passt auf, wir machen das so. Hier nochmal ein Zweier-Block. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal ein Zweier-Block. Es ist nicht super schwer, aber einfach nur, damit wir den Schwierigkeitsgrad im Kampf nochmal ein bisschen erhöhen. So, also nochmal Blink-Box. Hoppala. Na, komm schon. Zack, zack, zack. Und somit können wir theoretisch sagen, dass wir das Level so beenden und abschließen. Was meint ihr? Fehlt euch noch was oder sagt ihr, nee, das ist super. Das können wir so lassen. Also, ich würde es jetzt so stehen lassen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ich ein, zwei Goombas hier noch reinsetze, wobei die hier wahrscheinlich sowieso durchfallen werden. Vielleicht hier noch ein Goomba, der einen überrascht, wenn man aus der Röhre kommt. Goombas sind auch schnell besiegt. Das heißt, es ist jetzt auch keine so große Herausforderung, aber kann den einen oder anderen nochmal vielleicht ein bisschen verwirren. Und hier nochmal vielleicht. Eins, zwei, drei. Upsala. Schau mal, so lasse ich das jetzt. Und einer spaziert hier hinten. Einer ist ganz hinten. So, okay. Fließbänder, beide Kugel, Willis. Oh, das wäre auch eine Idee. Aber ich lasse es jetzt mal so. Das ist mein erstes Level. Also nicht, nee, Quatsch, Quatsch. Ich will Krudern, Krudern. Meine Lieben, das ist, auch wenn es gerade dunkel ist, das ist nicht mein erstes Level. Das ist unser erstes Level, das wir gemeinsam gebaut haben. Und das spiele ich euch jetzt vor. Und anschließend werde ich das Level hochladen, sodass ihr das selber spielen könnt. Dann könnt ihr auch direkt meinen Code für das Level bekommen. Also gut, Achtung. Wir spielen mein eigenes, unser eigenes Level. So, Power-Up. Wenn man schon Power-Ups bekommt, nutze ich das natürlich direkt mal. Ganz vorsichtig. So, hallihallo, Pflanze. Wir alle wissen, wir müssen das aktivieren, sonst geht es hier nicht weiter. Hier gibt es auch einen versteckten Block. Das habe ich mich leider treffen lassen. Ich dussel. Achtung, da oben ist ein Feuerbruder. Und der kann schon echt fies sein. Super, gefällt mir jetzt schon richtig gut. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Vielleicht sagt... Oh, vielleicht sagt der ein oder andere von euch, oh nee, das ist doch ein bisschen schwer. Also, nochmal. Wenn ich jetzt gleich nochmal abstürze, dann renne ich durch. Ihr wisst ja, wenn ich keine Geduld habe, dann renne ich immer durch das Level. So, aktivieren. Hier, Achtung. Da war ein versteckter Block. So. Oh, jetzt hat er mich wieder treffen lassen. Hier nicht springen, sonst macht er automatisch den Wandsprung. Hier kleine Sprünge. So, weg von hier. Jetzt gibt es... Eieieiei. Jetzt gibt es hier... Einen Bonus. Ich nehme jetzt mal das hier. Ich finde, wenn Toilette den Bumerang hat, dann sieht sie aus wie ein kleines Schulmädchen. So, jetzt kann ich da reingehen. Zack. Jetzt gibt es hier versteckte Blöcke. Moment. Muss ich dann rechtzeitig eigentlich wieder raus? Nee, ne? Ach doch, guck mal. Sonst komme ich ja nicht zurück. Sonst komme ich ja überhaupt nicht mehr nach Hause. Oh, wow, 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 wow. Okay. Das ist aber gut, dass wir das mal durchgehen. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir setzen diese Transformationsblöcke. Die hier. Die Warpbox. Die setze ich hier nach oben. Und den Block setze ich einfach hier. Ach so, ja, aber dann sieht man ja, wo man rauskommt, ne? Kann ich irgendwo einstellen, dass das der erste Block ist? Dass der unsichtbar ist? Guck mal, so sieht man ja, dass das der Block ist. Ah, jetzt verschwindet der. Ach so. Ah, ja. Ja gut, dann möchte ich aber nicht, dass der hier ist. Nee, dann können wir das mit dem Transformation, also mit diesem Block hier nicht machen. Mhm. Ah, ich komme gerade. Ich habe gerade keine gute Idee, wie wir das anders lösen können. Oder wir machen nochmal einen P-Block hin. Wir machen nochmal einen P-Block. Wie lange geht noch der Livestream? Ähm, gute Frage. Der geht eigentlich nicht mehr so lang. Also ich werde heute, meine Lieben, auch nicht Mario 35 spielen, weil wir einfach schon so lange online sind. Wir verschieben das aber auf. Nächste Woche bin ich nochmal bei der Games for Families. Da kann ich leider nicht am Mittwoch Livestream. Da drehe ich zusammen mit Michi und Anna wieder Videos, aber die Woche drauf. Und da mache ich wieder eine Umfrage. Habt ihr Ideen für den nächsten Livestream, was wir da machen können? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, wir machen jetzt folgendes. Ähm, ah, hoppala. Ach Mensch. Warum klappt das denn jetzt nicht? Ich will einfach nur den Block hier haben. Den. Oh nein. Oh Mann. Jetzt geht es schon wieder los, dass ich mir mein ganzes Level kaputt mache. Entschuldigung. Die Münze setzen wir gleich wieder da rein. Ich möchte eigentlich das hier rausradieren, damit es einfach ersichtlich ist, dass wir hier einen Fragezeichenblock haben. Auf diesem, auf diesen Blocks setzen wir einen P-Block, sodass man auch wirklich wieder zurückkommen kann. So, sonst hat man ja keine Chance, die Tür nochmal zu aktivieren. Und dann setze ich meine Münze ein und dann spielen wir das Level nochmal. Weil dann habe ich, glaube ich, alles eingebaut, was man einbauen kann. Oder was wichtig ist. So, Münze. Hier sind auch Münzen. Gut. Da sind Münzen. Perfekt. Da, hier geht es weiter. Das ist der zweite Abschnitt. Soll ich da noch eine Münze setzen vielleicht? Ja, vielleicht hier noch. Ne, da nicht. Ne, da stört mich die Münze. Okay. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es geschafft. Glaube ich. So, wir sammeln den Pilz ein. Weichen hier den Hotheads aus. So, zack. Das ist nicht so schlimm. Es gibt ja noch einen versteckten Block, den ich mir holen kann. Und der ist auf der anderen Seite. Moment. Der ist nämlich hier. Zack, habe ich wieder den Pilz. Oh, jetzt bin ich da direkt reingesprungen. Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden mit der Stelle hier mit dem Hammerbruder. Weil die ist ein bisschen knifflig. Also die kann für den einen oder anderen knifflig sein. So. Zack, zack. Hier kann man sich ein Power-Up der Wahl abholen. Wir alle wissen aber, das Beste ist, wenn man den Boomerang hat. Warum sind die Stacheln denn da oben jetzt weg? Verstehe ich nicht. Egal. So, jetzt gehe ich da rein. Hol mir die 50er Münze. Hol mir hier, wenn ich möchte, Power-Ups oder Ein-Ups. Die sind gar nicht so wichtig, wenn man das Level spielt. Man kann es ja immer wieder spielen. Und jetzt bin ich jetzt wieder zurück. Das heißt, ich aktiviere hier wieder den P-Block. Und kann wieder zurück durch die Tür gehen. So weit, so gut. So. Ah, guckt mal. Dann werden auch die... Genau, die Münzen werden ja auch noch zu Blöcken. Habe ich ganz vergessen. So, zack, zack. Hier Wandsprung auf die andere Seite. Hier sind die Stacheln gerade weg. Warum auch immer. Ach, ich brauche aber die Stacheln. So bin ich ja... Ach. Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Warum sind denn die Stacheln jetzt gerade weg? Kann mir das jemand erklären? Na gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder klein. Das ist eine Kleinigkeit, die ich hier nochmal verbessern muss. So. Oh, jetzt ist das wieder nicht aktiviert, weil wir durch den Bonusraum gegangen sind, oder? Ach, ist das verrückt. Ist das verrückt. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment, ich muss ganz kurz an die Tür. So, okay. Wenn du von oben bis unten Blöcke platzierst, sieht man nicht drüber. So, wie machen wir das? Also ich bin jetzt wieder zurück übrigens. Wie machen wir das mit den Blöcken, dass da auf jeden Fall Stacheln sind? Und nicht nur das. Ich muss ja auch nochmal hier vorsichtshalber, falls man das nicht aktiviert hat. Ach, man muss eigentlich ziemlich viel bedenken, finde ich. Also ich setze jetzt auf jeden Fall nochmal den Switch da rein. Der war da oben. Ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir jetzt überall Switches haben, aber geht ja nicht anders. So, der ist jetzt off. So, Moment. Das wird aktiviert. Zack, ich komme durch die Tür. Okay. Wir haben es fast geschafft, meine Lieben. Jetzt geht es hier hoch. Zack, zack. Die Stacheln sind jetzt warum auch immer weg. Jetzt ist es schon wieder deaktiviert. Das heißt, immer wenn ich den Raum verlasse, muss ich das neu aktivieren. Hm. Okay. Dann ist das mit dem Switch natürlich total Banane. Den nehmen wir wieder raus. Und den Switch müssen wir... Wohle oder Übel hier vorne nochmal setzen. Schade. Weil sonst macht das mit dem Raum ja gar keinen Sinn. Oder aber wir entfernen das. Aber dann ist es ja total Banane. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Ich gucke mal kurz. Oder machen wir die blinkenden Blöcke zu denen? Okay. Wir machen das jetzt nochmal ganz anders. Entschuldigt bitte. Das müssen wir aber einfach sinnvoll angehen. Sonst macht das hier vorne und hinten keinen Sinn. Wie setzen die Blöcke hier jetzt? Ach nee, Quatsch. Die sind ja auch die ganze Zeit da. Oder? Nee. Oh. Entschuldigt bitte. Ich bin so verwirrt. Das ist das erste Mal Mario Maker, ne? Also Level bauen. Wir brauchen natürlich diese Blöcke hier. Weil vorher kommen wir ja gar nicht dazu, dass wir da durch den Bonusraum kommen. Allerdings, wenn wir im Bonusraum sind... Das macht vorne und hinten gar keinen Sinn. Merkt ihr auch, dass ich gerade irgendwie was komisches zusammenbaue? Halte die roten Blöcke gedrückt und wechsle auf die blauen Blöcke. Ach, meinst du, dass der blaue Block schon direkt aktiviert ist? Okay, ich habe jetzt noch eine... Wir machen das jetzt ganz anders. Das ändert zwar ein bisschen die Struktur des Levels, aber dann habe ich es auf jeden Fall, meine Lieben. Und zwar hier setzen wir ganz normale Blöcke. Das ist alles kein Problem. Das müssen wir nochmal zu den blinkenden Blöcken entfernen. Das heißt, zack, Toadette, Vorsicht. Zack, zack, zack. Wir nehmen den Blinkeblock, platzieren diesen da, da und da. Und setzen jetzt stattdessen hier die Schalter hin. Das heißt, wenn man vergessen hat, bei der Blume den Schalter zu aktivieren... Na, komm. Ähm, fällt man durch. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen das jetzt so. Also entfernen, entfernen, entfernen. Und stattdessen hier diese Blöcke. Okay, jetzt bin ich aber wirklich... Ach, die On-Off-Schalter machen die Stacheln ein und aus. Das ist gut zu wissen. So, jetzt, Achtung. Jetzt ist mein Level aber wirklich fertig. So, wir holen uns den Pilz. So, da komme ich ja nicht nach oben. Ah ja, gut, ich muss die aber erstmal ausschalten. Ich muss aus den On-Schaltern... Moment, wie mache ich das denn jetzt? Kann ich aus den On-Schaltern nicht Off-Schalter machen? Ah, wenn sie On sind, dann habe ich die Stacheln. Natürlich. Ja, das macht Sinn. Hm, 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 hm. Aber da muss ich die blauen Stacheln nehmen. Da muss ich einfach nur die Stacheln ändern. Wir nehmen die blauen Stacheln. Die machen dann mehr Sinn. Ähm, zack. Blau Stacheln. Moment, wo sind die noch gleich? Der Blau Stachel. Ach so, ja, ich hätte einfach nur die Farbe ändern können. Entschuldigt bitte. Das macht natürlich auch Sinn. So, die sind jetzt ausgeschaltet. Zack. Moment. Und jetzt macht das auf jeden Fall alles Sinn. Weil jetzt haben wir das so platziert, dass wir auf jeden Fall durch das Level kommen. Jetzt muss ich nur noch eine Sache wissen. Wie mache ich die On-zu-Off-Schaltern? Dass sie erstmal Off sind, die Schalter. Moment, oder mach das... Ich bin so verwirrt. Nee, ich muss sie doch anlassen, oder? Na, guck mal. Wenn Toadette jetzt hier unten ist... So. Genau, das mache ich aus. Okay. Aber das muss ich ja eingeschaltet lassen, damit ich nicht auf den Stacheln lande. Wobei, das ist auch total wurscht an der Stelle. Das heißt, eigentlich müssen hier die blauen Stacheln hin. Weil man hat ja jetzt sowieso die Blöcke. Und damit sind diese Blöcke hier auch total sinnfrei. Mann, Mann, Mann. Halte die rote und wähle dann die blaue aus. Und dann den Schalter drückst, kannst du durch. Okay, nochmal. Aber wenn ich hier gedrückt halte, dann passiert da irgendwie nichts. So. Ich halte gedrückt. Moment. Ich muss mal ganz kurz wieder an die Tür. Und auf ein neues. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur noch rausfinden, warum die Blöcke nicht auf Off sind. So. Also. Hier gedrückt halten, oder? Ein Ausschalter. Ich muss noch rausfinden, warum ich nicht auf Off schalten kann. Also, was noch nicht ganz geklappt hat, ist, halte... Michael hat es oben geschrieben. Halte die rote und wähle dann die blauen aus. Und wenn du dann den Schalter drückst, kannst du durch. Jetzt drücke ich da drauf, aber ich komme nicht auf den Off-Schalter. Du musst die Blöcke bei den Stacheln drücken. Aber das ist ja dann... Ach so, jetzt die da, meinst du. Jetzt macht das Sinn. Ah ja, natürlich. Genau, das wird das ganze Prinzip einfach ändern. Okay, meine Lieben, danke. Also, ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. Jetzt haben wir es endlich geschafft. So, das kann ich entfernen. Das kann ich entfernen. Das kann ich entfernen. Den Kollegen setze ich wieder da drauf. Und jetzt... Müsste ich alles haben, oder? Probieren wir es aus. Ah, du musst die... Okay, meine Lieben... Äh... Danke. Ja, warum dauernd an die Tür? Genau, das erkläre ich auch ganz kurz. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr so geduldig mit mir seid. Ich hatte gerade einen großen Hänger bei dem Aufbauen des Levels. Aber jetzt klappt alles. So, ich spiele das Level durch und erkläre euch nebenbei, warum ich immer kurz an die Tür musste. Es hat zweimal geklingelt. Es hat zweimal geklingelt. Einmal kam meine Freundin zu mir. Die ist jetzt hier. Und... Also, die kennt ihr ja schon aus einem Video. Ähm... Wir haben ja zusammen Super Mario Maker gespielt. Und... Das zweite Mal hat es geklingelt, weil mein Papa noch kam. Genau, der hat gesagt, er kommt heute vorbei. Und deswegen ist er da. So. Achtung, jetzt macht das Level auf jeden Fall Sinn. Ich muss jetzt alles mal testen. So, zack, zack. Oben sind die Stacheln aktiv. Genau. Und die bleiben, soweit ich weiß, auch aktiv. So, zack. Aktivieren. Da durch. Hier macht auch alles Sinn. Sollte man zu spät sein und zu spät durch diese P-Tür laufen, ist das kein Problem. Denn wir haben gelernt, zack, da oben ist noch ein P-Schalter. Wir aktivieren diesen, können wieder durch. Raus aus diesem kleinen Bonus-Bereich. So. Dann... Uiuiui. Da ist zum Glück kein Fallboden. Dann können wir hier durch. Machen einen Wandsprung. Und jetzt sagt man, oh Mensch, ich habe zu viele Power-Ups, ich komme hier nicht durch. Kein Problem. Ich muss mich hier mal treffen lassen. Und ich meine, die Brücke macht ja nach wie vor Sinn, diese blinke Brücke. Denn wenn man klein ist, muss man ja irgendwie hier durchkommen. Ohne, dass man von den Stachen getroffen wird. Genau. So. Soweit, so gut. Wir laufen jetzt hier durch. Nächster Bereich. Jetzt müssen wir hier ganz schnell alle Münzen sammeln. Beziehungsweise die roten. Denn wenn wir alle fünf rote Münzen gesammelt haben, ja gut, das ist jetzt gar nicht so schwer hier an der Stelle, kriegen wir den Schlüssel. Mit Hilfe des Schlüssels komme ich jetzt hier durch diese Tür. Die Tür führt mich in den kleinen Bonusbereich, wo ich theoretisch jetzt Bowser mit dem Stern berühren und damit besiegen kann. Das machen wir jetzt aber nicht, denn ich will euch das ja demonstrieren mit der Feuerblume, dass das auch wirklich funktioniert. Holla. Hey, du machst ja mein Level kaputt. Okay. Ich glaube, das ist ein etwas kniffligerer Kampf, als man vielleicht denkt. Oh. Ich lasse das Level auf jeden Fall mal so stehen. Aber ich glaube, ich brauche mehr Blinke-Blöcke, weil die Blinke-Blöcke kann Bowser nicht kaputt machen. Wow, wow. Das ist echt, das ist schwierig. Das ist schwierig. Hier geht's. Okay. Ich mache jetzt einen Speedrun. Und ich werde Miauser jetzt aber mal mit dem Stern besiegen. Ja gut. Wenn das mal klappen würde. Okay. Im Grunde genommen habt ihr ja verstanden, worum es geht. Ich muss aber hier unkaputtbare Blöcke verwenden. was sonst macht Miauser alles kaputt. Ich meine, von mir aus kann er die hier vorne kap... Ja, wobei, nee. Ich muss sie mir ja irgendwie Power-Ups holen. Ich nehme jetzt Fragezeichen-Blöcke. So. Upsala. Oder? Was meint ihr? Ist der Ton bei euch verzögert? Oh, das tut mir leid. Mach doch bei der Röhre die Umriss-Blöcke. Welche Umriss-Blöcke meinst du? Ich dachte jetzt erstmal, dass ich hier einfach soll... Kann Bowser diese Fragezeichen-Blöcke ja auch kaputt machen oder nicht? Das wäre jetzt ein bisschen die Frage. Oh, wow, wow. Okay. Nach oben. Zack, zack. Wir nehmen den Goomba, setzen den Goomba da drauf, zurück. Aha. Oh, Fragezeichen-Blöcke. Kann man kaputt machen? Oh, nee. Oh, nö. Danke, Selebi. Danke für den Hinweis. Tja, was kann er denn nicht kaputt machen? Der böse Bowser. Ein Austrampolin. Wolkenfloß. Ist das Wolkenfloß vielleicht interessant? Wobei, das bewegt sich ja ständig. Wisst ihr was? Wir nehmen das Wolkenfloß. Wir nehmen Wolkenfloß und wenn Bowser was kaputt macht, dann muss man eben auf dem Wolkenfloß balancieren, sozusagen. So. Wir machen das aber nur hier. Hier vorne sollte er theoretisch nichts kaputt machen. Wobei, vorsichtshalber. Okay. So. setzen wir vielleicht noch Upsala. Eine Position nach unten. Ach, das geht gar nicht. Okay. Wir lassen das jetzt mal so. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Und vielleicht auch der letzte Versuch. So. Also nochmal. Power up. Achtung. So. Zack, zack. Aktivieren. Damit es gleich einfacher wird. Ja. Ja, wenn ich runterfalle, macht das natürlich keinen Sinn. Also. Oder Donutblock. Ja. Donutblock, Nancy. Auch eine schöne Idee. Das hatte ich vorhin schon mal in Erwägung gezogen. Allerdings wollte ich keinen Donutblock verwenden, da wir ja hier vorne schon Donutblöcke haben. Und ich dachte, ich bringe ein bisschen Abwechslung rein. Oh, das gibt es doch nicht. Das verliere ich in meinem eigenen Level. Ne, komm. Man kann das schaffen. So. Zack, zack. Eins, zwei. Zack. Deaktivieren. Hier ist der Treffer egal, wenn man weiß, dass es hier einen versteckten Pilz gibt. Hier weiche ich kurz aus. Da weiche ich kurz aus. Ja. Oder lass mich auch mal treffen. Zack. Und zack. So. So. Das mit dem P. Das spare ich mir jetzt, dass der geheime Raum funktioniert. Das haben wir ja schon gesehen. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt darauf, hier nach oben zu kommen. eins, zwei, drei. Block ist da. So, jetzt kommt der kurze Bonus-Bereich. So, ich sammle jetzt nicht alle Münzen. Auch da haben wir schon das Prinzip verstanden, wie das funktioniert am Ende. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Bin jetzt hier. Hol mir die Feuerblume. Und darf jetzt gegen Bowser kämpfen. Und der wird mir jetzt natürlich hier und da mal die Blöcke zerstören. So, jetzt hat er mich einmal erwischt. Ich springe kurz zurück. Jetzt macht er irgendwie die Blöcke nicht kaputt. Aber ich möchte gerne mal zeigen, wie das aussieht, wenn er das tut. Ah ja, jetzt hat er was gemacht. Aber man hat immer die Möglichkeit, auf diese Wolken zu landen. Falls er die Blöcke zerstört. Okay. Also so in etwa läuft es jetzt. So, zack, zack, zack. Und dann haben wir das Level geschafft. Und da unten wartet noch ein extra Goomba. Mensch! Das war jetzt mal ein... Ja. Das war jetzt mal auf jeden Fall ein Level, ey. So, ich habe jetzt mal ganz kurz noch das Licht angemacht. Und meine Lieben, das war es jetzt tatsächlich. Kurz in die Kamera ein, damit man sich hier sehen kann. Da bin ich wieder. Und wer hätte gedacht, dass das Level so lange dauern wird. Aber, jetzt kommt das Schöne. Wir speichern das Level. Wir speichern dieses Level. Und wie sollen wir das Level nennen? Habt ihr eine Idee? Wie nennen wir unser eigenes Level? Shiona, danke, dass du da warst. So. Michael, danke auch für deine Ideen. Ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden, auch wenn ich das jetzt am Ende nicht mehr ganz umgesetzt habe. Ich lasse das Level einfach mal so stehen. So. Katze Castle. Finde ich schon mal eine coole Idee von Celebi. Latos finde ich auch cool. Mein erstes Level. Katze Kampf, Katze Castle, Katze Community ist auch eine schöne Idee. Ich nenne es mal, dazu sollte ich mich mal vielleicht kurz wieder ausblenden. K Punkt TZE Castle. Und dann nehme ich einen Strich und schreibe Community Level. So. Leertaste. Leertaste. Community Level. Community Level. Community Level. Level. E, V, E, L. Okay. Katze Castle Community Level. Mega cool. Mega cool. So. Und jetzt werden wir das Ganze aber noch hochladen. Wie geht es mit dem Hochladen noch gleich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Speichern und laden, das ist klar. Ich glaube, ich muss erstmal komplett raus aus dem Modus, oder? Level aus aller Welt. Ich muss, glaube ich, da mal kurz rein. Dresdenkasse. Spiel mal wieder Animal Crossing. Ja, Animal Crossing machen wir auf jeden Fall bald wieder. Aber wir lassen das erstmal so. Und spielen auch noch andere Spiele wie Pokémon und so weiter. So, jetzt gehe ich auf Plus, glaube ich. Ne, nicht auf Plus. Auf Y. Baumeister Profil. Hochgeladene Level habe ich da noch keine. Deswegen würde ich mein Level gerne hochladen. Und ich grüße nochmal den Jonathan. Ah, ich muss auf den Speicherbot. Okay. Speicherbot. Weltbot, Weltbot, Speicherbot. Katze Castle. Ah, ja, da steht es ja. Hochladen. Keine Beschreibung. Hier schreibe ich noch was rein. Ich schreibe es auf Englisch rein. Our First Level schreibe ich. Also auf Deutsch unser erstes Level. Our First Level. So, so, E, V, E und L. Plus. Und hochladen. Du musst diesen Level erst selbst abgeschlossen haben. Muss ich erst selbst abschließen? Okay. Wir schließen jetzt nochmal abschließend das Level ab. Felix Müller, ähm, ich spiele dein Level voraussichtlich jetzt am Wochenende. Also ich hab's schon gespielt. Vielleicht hast du es gesehen? Ich hab's schon gespielt. Aber das Video eben noch nicht dazu hochgeladen. Aber es müsste jetzt am Wochenende kommen. So, jetzt Speedrun. Speedrun, meine Lieben. So, ich nehm jetzt nicht alles auf, was, was ich da für Möglichkeiten bekomme. Bonus lasse ich jetzt auch außen vor. Auch das ist jetzt nicht so wichtig an dieser Stelle. Es muss ich mich einmal treffen lassen. Lauf mich hier durch. Und ich nehme jetzt den schnellen Weg, damit wir das Level direkt abschließen, indem ich wieder alle Münzen sammle. Und mir den Stern hole. So, zack, nach oben. Alles locker, flockig. Da ist der Stern. Jetzt muss ich nur noch Miauser Hallo sagen. Oh! Ich bin nicht ernsthaft runtergefallen, oder? Das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt mir doch kein Mensch. Das ist jetzt echt peinlich. Ja, da sieht man auch, ein Stern bringt nichts. Ja, spiele erstmal dein eigenes Level durch. Bevor du es hochlädst. Der finde ich gerecht vom Spiel. So, jetzt aber Speedrun nochmal. Mensch. So, zack, zack, zack. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt bin ich nicht groß. Könnte ich im nächsten Livestream mal Zubo spielen? Was ist denn Zubo? Ich kenne das gar nicht. So, also nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt hole ich mir nochmal den Stern. Und diesmal darf ich aber nicht abstürzen. Also, ihr seht schon, Speedrun ist auf jeden Fall möglich in dem Level. Ich bin jetzt nicht so superschnell, aber... Okay. Okay. Schmerz lassen nach. Schmerz lassen nach. Teppichtörtchen. Irgendjemand möchte nicht... Also, der liebe Super Mario Gott möchte nicht, dass ich das Level hochlade. Der hat wohl was dagegen. Ich... Ich bin gerade zu ungeduldig. Ich bin gerade viel zu ungeduldig. Merkt ihr das? Unglaublich. Unglaublich. So, jetzt aber nochmal. Mit mehr Kontenance. Mit mehr Konzentration. Aktivieren. Der Treffer ist egal. Jetzt habe ich... Okay. Okay. Puh. Jetzt reicht's mir. Jetzt spiele ich von mir aus auch ganz langsam. Hauptsache, ich kann das Level abschließen. Da, 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 da. So. Zack. Pilz. Der Pilz. Der hilft mir natürlich an dieser Stelle hier nicht. Aber ich komme hier jetzt durch. So, du lässt mich bitte in Ruhe. Okay. Und jetzt ist wieder alles safe. Mein Lieben, ich weiß auch nicht, was los ist. Total der Wurm drin. Ah, Celebi, du hast gerade geschrieben, warum man das machen muss. Ich lese mir das gleich durch. Aber wahrscheinlich... Ah ja, genau. Du hast recht. Damit man auch wirklich sicherstellen kann, dass der Spieler, der das Spiel spielt, auch nicht irgendwo mal plötzlich eingesperrt ist. Und somit ist das Level auch unspielbar. So, Achtung. Diesmal mit etwas mehr Konzentration. Ja, wenn ich jetzt an den Donutblöcken verlieren würde, das wäre echt peinlich. Also, es ist auf jeden Fall machbar. Es erfordert ein bisschen Übung. Aber man kann das Level auf jeden Fall durchspielen. Ihr habt es jetzt mehrmals gesehen. Ich habe mich manchmal etwas doof angestellt. Aber es ist möglich. So, blablabla. Ja, kein Plagiat. Ich habe nichts geklaut. Das ist unser eigenes Level. Der Name bleibt so stehen. Ja, Beschreibung habe ich auch drin. Wenn du deine Level Schlagworte zuweist, können andere ihn leichter finden. Was ist denn so ein Schlagwort? Bosskampf. Was noch? Thema. Was ist ein Thema? Ich nehme klassisch. Klassisch. Ein normales, klassisches Mario-Level. So. Oh, Kunst wäre auch eine Idee. Gab es Kunst? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber das wäre auch eine Idee. Habe ich zu schnell gedrückt. So, wann kommt Super Mario Odyssey? Ich werde mir zu Halloween wieder ein paar Spezialfolgen ausdenken. Also Achtung. Ihr könnt euch jetzt den Code abschreiben, wenn ihr wollt. 5, 3... Vielleicht schreibe ich das kurz in den Chat. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Ich bin aber noch online, oder? Ich hoffe es zumindest. Doch. Ich müsste noch online sein. 5, 30... D... B... P... 6... J... G. Das ist der Code. Kurz und knackig. So muss es sein. Oh, und was habe ich freigeschaltet? Aquarium-T-Shirt habe ich freigeschaltet. So, fertig. Das war's, meine Lieben. Das war... Zurück zum Titelbildschirm. Das war mein allererstes Level. Und da sieht man es nochmal in voller Pracht. In vo... In voller Pracht. Cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr stolz. Auf uns. Das sind eure Ideen. Ihr habt euch die Festung rausgesucht. Ihr habt gesagt, wer der Endgegner sein soll. Welche Gegner vorkommen sollen. Die Ideen mit den Blinkschaltern. Mit den Schaltern. Klar, ein paar Ideen kamen auch von mir. Aber insgesamt coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. So, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zugucken von meinem Livestream. Dieser endet jetzt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Und wir sehen uns nicht nächste Woche. Da bin ich ja bei der Games4Families. Aber übernächste Woche wieder. Und dann könnt ihr entscheiden, ob wir zum Beispiel Animal Crossing wieder spielen. Pokémon Schild weitermachen. Haben wir ja schon lange nicht mehr weitergespielt. oder Mario Maker 2 oder Mario 35. Ich glaube, drei oder vier Spiele stelle ich euch nochmal zur Verfügung. Wo ihr euch dann nochmal raussuchen könnt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Danke, upsala, an Aurora und ihre Schwester und Mama. Sowie aber vor allem auch, lieber Max, danke für deine Spende. Das ist nicht selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich finde das super stark von dir. Super stark auch von deiner Mama. Danke, dass sie das erlaubt hat. Danke euch beiden. Und ich bin super happy. Dankeschön. Sehr, sehr cool von euch. Nochmals vielen Dank. So, ich wünsche ansonsten euch allen einen schönen Abend. Spielt das Level, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und lasst mich wissen, ob es zu leicht oder doch ein bisschen zu schwer ist. Vielleicht kann man da noch ein paar Anpassungen machen. Na dann, in diesem Sinne.